Liebe Freunde, es ist wieder Donnerstag, 17 Uhr. Creepjack heißt das. Heute mit einer fantastischen Sendung. Pass auf, es gibt die neuen Reforged Nachtelfen. Es gibt eine neue Community-Map für die Liga. Es gibt mein erstes Liga-Match. Es ist fantastisch. Bleibt einfach nur dran. Mehr müsst ihr nicht tun. Mich hat mal ein Pferd gedrehten. Mach das weg, Mensch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu Creepjack. Wir sind wieder hier. Wir sind wieder da. Die ganze Woche ist nur ein Taumeln, ein Herumstolpern, bis wir endlich wieder hier angekommen sind. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr seht es. Gähnende, klaffende Leere. Kein verschmitztes Grinsen, das uns hier begrüßt. Jannis ist nicht da. Ich habe sturmfrei Schuhe aus, Freunde. Hier, ich gehe auf den Stuhl. Mir kann heute niemand was anhaben. Jannis ist nicht da. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Sorry, Entschuldigung. Jannis ist heute nicht da. Denn Jannis ist auf dem Weg nach China. Und ja, ich sehe die Empörung im Chat. Was fällt euch ein? Warum ist Jannis nicht da? Verdammt nochmal, wo ist er? Er ist auf dem Weg nach China. Ich zeige euch ganz kurz, was los ist. Denn es ist fantastisch. Er wird in China viele, viele tolle Spiele casten. Nämlich, es ist nämlich momentan, vielleicht hat ihr das nicht mitbekommen, der Warcraft Gold League 2019 Winter Season. Es wird großartig. Großartig. Und zwar seht ihr hier schon, er wird die kompletten nächsten zwei Wochen in China sein. Hier seht ihr schon mal, die Gruppenphase ist ab übermorgen bis 27. Und dann das K.O.-Finale findet dann in diesem Zeitraum statt. Großartig. Hier seht ihr richtig saftige Preisgelder. Hier, das sind die ganzen Spieler dabei. Richtig große Namen könnt ihr mal angucken. Wer alles mit dabei ist. Moon ist dabei. Man kennt sie. Foggy, Happy, Hawk. Alle sind mit dabei. Und hier, guckt es euch an. Mann, da ist er. Da ist unser Goldjunge offiziell hier unter den Castern von Europa. Hier ist er mit dabei. Unser Jannis, da ist er. Es macht mich ein bisschen stolz. Es macht mich ein bisschen stolz. Nicht, dass ich was damit zu tun hätte. Nicht, dass er das vor CreepJig auch schon gemacht hat. Aber trotzdem fühle ich mich ein bisschen stolz. Und ich werde mir alles anschauen. Ihr seht es, hier gibt es erstmal eine Menge Gruppenphasen. Und dann hier, wie gesagt, die Playoffs. Könnt ihr angucken am 27. Dezember. Und dann hier das Finale am 30. November. Es wird alles ganz fantastisch. Aber ihr seht hier in einer Woche und einem Tag. Das heißt, nächste Woche ist Jannis immer noch nicht da. Und das heißt aber nicht, dass ihr auf ihn verzichten müsst. Denn ihr könnt euch das alles angucken. Es wird ganz, ganz großartig. Das seht ihr alles auf dem Twitch.tv slash Warcraft3 Kanal. Da seht ihr Jannis. Und es ist ganz großartig. Es wird fantastisch. Es werden fantastische Spiele. Ihr müsst euch nur zurücklehnen und zuschauen. Es ist auf jeden Fall eine großartige Sache. Und ja, viel, viel ist passiert diese Woche. Ihr werdet es wahrscheinlich vielleicht mitbekommen haben. Es geht weiter. Reforged nimmt immer mehr Formen an. Und wir haben darauf gewartet. Die letzte Rasse der Nachtelfen wurde angekündigt. Ist jetzt mittlerweile da. Ich bin gerade noch dabei, die ganzen restlichen Gebäude zu setzen. Wir gucken hier ganz kurz mal in den Editor rein. Ich baue hier mir schon alles zusammen. Wir gucken es uns gleich mal an. Aber hier sieht man auf jeden Fall schon mal die kompletten Einheiten. Hier der Chimärenhorst hier mit den großen Eiern oben drauf. Ich finde das großartig. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Hier können wir uns schon mal ein paar Gebäude angucken. Der Urtombeschützer, Ancient Protector, alle mit dabei. Die riesigen, hier sind die ganzen Einheiten. Und die Helden, komm, wir gucken einfach mal rein. Wir gucken uns das einfach mal an. So muss es einfach mal sein. Und wir werden dann natürlich gleich auch ein kleines Spielchen spielen in der Leder. Es ist ja möglich, jetzt Nachtelf zu spielen. Wir gucken uns mal an, wie hier alles aussieht. Und dass wir alle Einheiten mal ganz kurz angucken können. Es gab schon ein paar Eklats. Natürlich, ihr kennt die Warcraft Reforged Community. Es gab schon ein paar Diskussionspunkte hier und da. Wir haben hier so einen Timer drin. Okay, also, wo fangen wir an? Erstmal hier, Haupthaus. Baum des Alters, Baum des Lebens. Die sehen noch gleich aus. Ich glaube, das ist nicht final. Das eine ist T2, das andere ist T3. Fragt mich nicht, was was ist. Aber das ist wahrscheinlich nicht final. Aber ich finde, die sehen schon ganz okay aus. Ich finde, er sieht ein bisschen dümmlich aus. Früher war es eher so der altehrwürdige. Der Baum, der Weisheit. Jetzt ist es irgendwie so ein bisschen, oh, ich habe einen Bus verpasst. Aber gut, kommt mal an alles ran. Und es geht erstmal hier los. Das sind die neuen Wisps. Ich mag die Animation einfach so einen Kopf. Die neuen Wisps. Sehr hell, sehr leuchtend. Das ist ja auch gleichzeitig das neue Frippel-Modell. Also, da müsst ihr immer direkt mitdenken. Irwisch-Modell, Wisps-Modell ist auch gleichzeitig der neue Frippel. Natürlich auch hier Detonate. Gucken wir uns kurz an. Sieht wunderbar aus. Zack, alles relativ so wie früher. Und hier die Animation. Ansonsten, schauen wir uns die Einheiten an. Bogenschützen, auch neue Sounds. Neue Sounds. Sind alle mit dabei? So, und jetzt ganz kurz. Das erste Pro... Ja? Ich muss Kabel ziehen. Kabel ziehen? So? Ich dachte nur, weil ich habe Sturmfreiheit, dass ich mal kurz auf den Stuhl darf. Ihr müsst doch jetzt nicht das Kabel ziehen, Leute. Ich mache es nie wieder, okay? Es tut mir leid. Sorry. Ich wusste... Ist okay, ist okay. Mann, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, ey. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Frippel Top Hero auch schon im Chat. Ja, mal gucken, ob es vielleicht irgendwann eine große Frippel-Erweiterung gibt. So, Achtung, wir schauen uns die Bogenschützin an. Eine der wichtigsten Einheiten der Nachtelfenarmee. Die läuft jetzt so ein bisschen gebückt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob die in die Jahre gekommen ist. Ob das so ein bisschen Rheuma ist. Ich glaube, es soll so ein bisschen versteckt sein. Und jetzt vielleicht meine größte Enttäuschung ist die Angriffsanimation. Ja, obwohl so sieht es gar nicht so schlimm aus. Weil, was ich gar nicht haben kann, ist dieser senkrechte Bogenstil. So senkrecht mit dem Bogenstil. Aber es ist quer. Es ist tatsächlich diagonal. Es ist ungefähr so wie früher auch. Es sah vorhin schlimmer aus. Aber sie hat trotzdem so ein bisschen so ein gebücktes Antlitz. Ist okay. Ähm, das ist die Nachtelfen auf jeden Fall. Und, ah ja, es ist nicht Nacht. So, Huntress. Huntress mit dabei. Mit dem großen Panther. Ähm, sehr leicht bekleidet dabei. Das fällt jetzt natürlich noch mehr auf als sonst. Und, ähm, sieht eigentlich auch okay aus. Wir gucken mal ganz kurz noch auf die Angriffsanimation. Zack. Ja, alles jetzt relativ unspektakulär. Was ich ziemlich abgefahren finde, ist die Drujade. Die einfach mal sich gedacht hat, Leute, fuck it. Ich weiß, wir hatten gesagt, schlichtes, äh, schlichtes Aussehen. Die einfach mal so einen, so einen riesigen, ja, so einen Wurstkopf hat. Sorry. Wir müssen einfach mal die Sache auch beim Namen nennen. Es ist einfach mal schöne, schöne Deprezina hinten an den Hinterkopf geklebt. Es, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, ihr kennt diese Momente, wo man aus dem Friseur rausgeht und sich denkt, holy crap. Ich muss so schnell, es geht nach Hause und mir die Haare waschen. Aber da ist auf jeden Fall, die hat sich mal was getraut. Alle anderen so, ja, wir haben eigentlich gesagt, wir kommen normal irgendwie. Ähm, und sie, nö, fuck it. Ähm, also da ist auf jeden Fall eine Menge los. Und jetzt auch das Gesicht, weniger menschlich, ne? Also, was heißt menschlich? Das sind ja natürlich Nachtelfen. Beziehungsweise eine Drujade an sich. Aber sieht so ein bisschen abgefahrener aus, ne? So ein bisschen diese, diese glühenden grünen Augen. Aber ansonsten natürlich wieder sehr schön diese gepunkteten, äh, die weißen Flecken hier, ähm, auf dem Körper. Die fand ich immer ganz niedlich. Ist jetzt auch wieder mit dabei. Aber abgefahrene Haare, auf jeden Fall. Ähm, muss man auch mal sagen. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen, ähm, so ein, so ein Marge Simpson Cosplay auch sein kann. Ich weiß es nicht. Ich will euch jetzt keine Bilder in den Kopf bringen, die ihr vielleicht nicht mehr rausbringt. Aber ich würde sagen, da kann man schon mit den Zähnen knirschen. Wir gucken uns die Angriffsanimation auch mal an. Ja, relativ normal, ne? Die wirft halt ihren Speer. Zip. Ah, und das ist jetzt, glaub ich, auch schon der Nachtmodus. Ach, guck mal, so sieht Verstohlenheit aus. Dass die kriegen jetzt so diesen, diesen, diesen Laseranzug. Sieht ein bisschen aus wie bei StarCraft, so ein bisschen Banshee-mäßig. Dass die's alles rumhaben. Aber ganz cool hier, der, ich find, der sieht im Vergleich sehr klein aus. Zonk. Zonk, aber ist okay. Zonk, alles noch mit dabei. Hypogreif, find ich, ist auch abgefahren, ehrlich gesagt. Es ist ja nicht ganz klar, was ein Hypogreif ist. Aber das hat so ein bisschen mehr Kolibri-Vibes, find ich ehrlich gesagt. Auch wie der so senkrecht in der Luft steht, einfach so wie in so einem, so, wenn man sich so in so einem Schwimmbad treiben lässt, in so einem Whirlpool einfach so. Ähm, aber gut. Er ist jetzt auch mit dabei und hat, glaub ich, auch eine modische Halskette. Irgendwas hat der doch im Hals, oder? Können wir uns das mal kurz angucken? Was ist das? Ist das wie so dieser, dieser Bernardiner-Hund, der irgendwie so einen Schnaps um den Hals hat? Man weiß es nicht ganz genau. Aber sieht auch, auch nicht ganz gesunde, ähm, Gesichtsfarbe, oder? Der sieht doch auch aus, als hätte er gerade irgendwie so einen Marathon hinter sich. Äh, der sieht wirklich so ein, sprich mich nicht an. Das ist so im Bus, wenn man jemandem gegenüber sitzt, der diesen Sprich-mich-nicht-An-Blick hat. So sieht das ungefähr aus. Oder wie ich, ne Moin-Moin. Man weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall auch mit dabei. Hier begreifen Reiterin. Relativ unspektakulär. So. Schimäre. Relativ coole Angriffsanimation. Ich find, der Blitz sieht sehr cool aus. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, find ich, sieht der ziemlich crisp aus. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall gut. Der Bergriese. Riesengroß. Mit dabei. Und sieht jetzt so ein bisschen mehr Badass aus. Früher war der so ein bisschen dümmerlich. Aber auch ganz gut dabei. Mit taunt. Ja, kann man machen eigentlich. Sieht auch ganz cool aus. Wir nehmen hier mal so einen Baum. Zack. Ja, sieht eigentlich ganz geil aus. Oder? Ist doch okay. Ist doch okay. Jetzt hier Bär. Ich bin Bach. Ich bin Bach. Ist dabei. Ja, der ist schon ziemlich groß, ne? Aber sieht eigentlich auch ganz cool aus. Hat hier einfach ein paar. Klar, hat natürlich ein paar Hörner dabei. Man weiß ja nie, wann man an den nächsten Mähtstand vorbeikommt. Einfach sagt, ich hab einfach was dabei. Kein Problem. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier diese Upgrades hier haben. Okay, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt den Cheat aktivieren, dann überrennt uns der Gegner in zehn Minuten, in wenigen Sekunden gleich. So, wir gucken mal hier. Rejuvenation. Uh, okay. Ja, die Animationen sind für mich immer noch die größte Schwäche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es ja ganz cool, dass Rejuvenation so ein bisschen ein anderes Design hatte als andere Heels. Aber das sieht jetzt so ein bisschen aus wie bei Dota, die Enchantress irgendwie, wo so einzelne Punkte... Ich hab leider fucking Discord hier wieder irgendwo drin. Ich weiß nicht, warum man Discord nicht ausbekommt leider. Ich krieg dieses fucking Programm nicht aus. Discord ist nicht offen. Ich weiß nicht, warum es... Ach, muss ich gleich machen, sorry. Discord treibt mich in den Wahnsinn. So, wir müssen ganz kurz Master und uns... Aber guckt euch mal dieses Schwein an! Guckt euch mal das Schwein an! Das ist ein ordentliches Schwein! Das ist kein Ferkelchen mehr, das ist ein Schwein! So. Baum der Ewigkeit. Ach, Baum der Ewigkeit haben wir noch nicht. Baum der Ewigkeit. Okay. Wollen wir uns noch einen Baum der Ewigkeit auf jeden Fall? Guckt euch dieses Schwein an! Eine Kraft stuckt schon aus! Macht euren Frieden! Ausbau abgeschlossen! Oh! Ah, der ist auf jeden Fall hinüber. Ähm, okay. Wir schauen uns ganz kurz mal den Bären an. Auch hier komplett natürlich neue... äh, neues Sounddesign. Kann man davon halten, was man möchte. Okay, Bären ändern auch die Farbe, wenn man sie umwandelt. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das was mit Winterschlaf zu tun hat oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber, ähm, sehr klein. Ich weiß nicht, ob das die finale Größe ist. Ich hab das Gefühl, der ist ein gutes Stück kleiner geworden. Naja! Ich weiß nicht, ob das final ist, ehrlich gesagt. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Kann auch sein, dass die Größe sich anders verändert. Naja. Äh, so. Und dann haben wir hier noch Feendrache. Ich sitze so ein bisschen schlangiger irgendwie, ne? Vom, vom, vom Design. So ein bisschen schlangiger. Und wird jetzt auch... Rollt's nicht so ein? Guck mal, wie der sich einrollt. Das ist auch so ein bisschen der, sprich mich nicht an, Blick im Bus. Aber alles in Ordnung. So, wir kommen zu den Helden natürlich. Und hier. Wir haben die weibliche Dämonenjägerin. Ähm. Wieder mit dabei. Also ähnlich wie jetzt bei, bei Undead haben wir jetzt auch hier den Weiblichen. Und auch bleibe ich verdammt. Und, ähm... Anudor, Anudor. Ja. Wie ganz okay aus, würde ich sagen. Wir haben nicht mehr diesen Panda hier drin, was ich schade finde. Aber ich weiß nicht, ob das nur bei Illidan war. Ansonsten, ähm, haben wir die Warden. Ja. Verliert so ein bisschen ihren riesigen Mantel irgendwie. Ich fand es eigentlich ganz geil, dass sie diesen riesigen Mantel hatte. Was so ein bisschen charakteristisch ist. Wurde jetzt komplett weggenommen. Finde ich ein bisschen schade. Das sieht jetzt ein bisschen ähnlich aus. Aber ein krasser Pferdeschwanz auf jeden Fall. Ähm, nicht schlecht. Hier. Mondpriesterin. Auch mit dabei. Hier mit Highheels übrigens. Schöne, ordentliche Highheels dabei. Wo ihr jetzt sagt, oh, ist das nicht Bullshit? Ein modernes Schönheitsideal angewendet hier. Nein. Tatsächlich waren Absatzschuhe primär Schuhe für Reiter. Und früher primär von Männern getragen. Tja. Da lernen wir noch mal was. Da lernen wir noch mal was. Oh, fuck. Jesus Christ. Oh, nein. Ich wusste es. Oh. Ich wusste es, dass das kommt. Warte mal. Komm. Lass uns die mal ganz kurz kaputt machen auf jeden Fall. Hier sehen wir auch Level Up auf jeden Fall. Können uns auch mal die Trions anschauen. Zonk. Okay. Die Trions sind auch ganz gut dabei. Der hat auch schon wieder die Farbe geändert. Mit dabei. Das ist natürlich der Keeper of the Grove. Ist auch wieder mit dabei. Sieht sehr menschlich aus irgendwie. Oder der Oberkörper? Aber, okay. Der hat so einen Wurzelarm. Das sieht man jetzt alles so ein bisschen klarer irgendwie in Reforged. Aber alles ganz okay. Ansonsten die Gebäude relativ straightforward irgendwie. Die ganzen Sachen. Guck mal, der hat hier so schöne Augenbrauen hier. Finde ich ganz gut. Und hier unterweisen. Hat jetzt auch so einen großen Ding. Kann man auch alle auswurzeln natürlich. Wir haben noch so schöne Beinchen auf jeden Fall. Finde ich okay. Ja. Kann man machen auf jeden Fall. Sind auf jeden Fall ein paar coole Einheiten dabei. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Und versuchen einfach mal ins Spiel zu kommen. Wie sich das alles dann im Spiel auswirkt. Davor müssen wir jetzt noch ganz kurz. Ich weiß, es nervt. Es nervt mich auch. Wie kriege ich hier Discord aus? Discord läuft einfach nicht. Ich habe trotzdem das konstante Plopp-Geräusch hier drauf. Ist es hier unten irgendwo? Man darf einfach Discord nicht öffnen hier. Man kriegt es nicht mehr aus. Hier ist es noch. Ich möchte es bitte einfach beenden. Quit Discord. Okay, ich glaube jetzt ist es weg. Okay, wunderbar. Gut. Wir schauen mal, ob wir ein Spiel finden. Ansonsten haben wir heute auf jeden Fall noch das nächste Liga-Match dabei. Ich werde Liga spielen. Ja, ich bin immer noch in der Liga. Ich habe mich so ein bisschen durchgemogelt durch das Liga-System und bin weiterhin in der Liga 2 aktiv. So, ihr seht jetzt hier auch schon hier im Menü sind mittlerweile, wie gesagt, alle Rassen verfügbar. Zufällig ist mittlerweile auch dabei. Man kann immer noch nicht Matches direkt gegeneinander suchen. Es gibt nur diese Möglichkeit, diese Spielmodi zu wählen. 2 vor 2, 1 vor 1 und so weiter. Aber wir schauen einfach mal, ob wir ein Spiel finden und ob wir im Spiel bleiben. Hotkeys habe ich noch nicht hinbekommen. Ja, ist mein, ich weiß, ist eine Lachnummer, aber ich habe es eingestellt. Ich habe die Datei reingezogen, aber mal gucken, wie weit wir kommen. Ich glaube eh nicht, dass wir so schwere Gegner hier sehen werden in der Beta, dass wir das brauchen. Aber Nachtelfen sind da. Somit sind jetzt alle Rassen fertig. Und ja, durch puren Skill namens Glück, schreibt Laini Frost. Absolut, natürlich. Natürlich. Ich meine, es ist ja kein Wunder, dass da Leute irgendwie sich aus der Liga abgemeldet haben, wenn sie mit mir in der Liga gematcht werden. Ja, also das ist, ich meine, klar habe ich jetzt nicht direkt was dazu beigetragen, aber so ein Ruf, an dem arbeitet man natürlich auch. Ist ja klar. Man muss Hotkeys immer noch über einen TXT einstellen. Ja, momentan muss man Hotkeys, wie im aktuellen Spiel auch, über eine Textdatei einstellen. Es kann gut sein, dass das irgendwann geändert wird. Momentan in der Beta ist es so, aber vielleicht werden wir nie eine Möglichkeit sehen. Es ist angekündigt auf jeden Fall, dass es in-game Hotkeys geben sollte. Ob es wirklich kommt oder wann, weiß man nicht genau. Wie weit ist W3 Reforged denn? Irgendwie sieht alles einfach nur, ähm, kann ich nicht lesen. Aber ja, die, ähm, die Einheiten, glaube ich, sind soweit fertig. Aber ich weiß es auch noch nicht genau. Ähm, viele der, der außerhalb des Spiels angesiedelten Sachen sind zumindest noch nicht da. Die Replay-Funktion ist ja, aber ich glaube, wir haben jetzt auch Replays. Können wir auch gleich mal ausprobieren. Ich glaube, Replays sind jetzt auch freigeschaltet. Okay, wir spielen gegen Ork. Wir spielen gegen Cripe 2000. Äh, schön auf guten Schildkröten-Fels. Können wir uns mal die Schildkröten anschauen. Und. Okay, alles klar. Ähm, das mit den Hotkeys funktioniert nicht so. Wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken, wie wir da durchkommen. Alter der Alten. So, hier seht ihr schon mal die, ähm, Animation. Sehr, sehr hektisch, würde ich mal wieder sagen. Also ähnlich wie bei den, ähm, Undead ist da viel los. Ich habe jetzt keine klare, äh, Build-Order hier drin. Kann man hier mit dem Ancient of War die, die creepen? Wir probieren es einfach aus. Wir müssen jetzt nur ein bisschen improvisieren. Nachtelf ist nicht so meine Rasse. Aber ihr seht, da ist wieder eine Menge los. Und ich würde sagen, wir nehmen mal die, äh, Dämonenjägerin. Die würde mich auf jeden Fall interessieren. Wie das aussieht. So. Versuchen alles so einigermaßen reinzulegen. Okay. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Was wir mit diesen Schildkröten machen. Die sehen auf jeden Fall schon mal gefährlich aus. Der sieht wirklich schon mal gefährlich aus. Aber ansonsten. Ja, jetzt auf Holz. Ja, ihr seht es, da ist eine Menge los. Also, da, da wo die Animationen da sind, ist auf jeden Fall viel los. Das sind so die Mondbrunnen. Ich habe schon gehört, dass es Leute gibt, die sich beschweren, dass man an den Modellen nicht gut ablesen kann, wie viel Mana noch drin ist. Können wir ja gleich mal gucken, ob das, ob das besser läuft oder nicht. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht, wann ich meinen zweiten Mondbrunnen brauche. Aber ich glaube, ich baue jetzt gleich mal einen. Hier bauen wir mal einen Archer. Euer Gebäude ist fertig. Ja, also, Sprachausgabe auch komplett neu. Ihr wisst es ja. Wir gucken, wir, wir, ich, ich versuche mal nicht allzu viele Mondbrunnen zu bauen, damit wir das charakteristische, baut mehr Mondbrunnen, zumindest einmal kriegen. Okay. Wir schauen mal, ob das klappt. Wir schauen mal, ob das klappt. Wie viele, wie viele Holzleute braucht man eigentlich? Ich habe jetzt fünf. Bauen wir nochmal zwei mehr. Ihr seid am Zug. Zeigt den Weg. Endlich werden wir unsere Rache bekommen. Ihr seid am Zug. Verfüllt euer Zeit. Ich warte auf euch. Ah, da war's. Okay, wunderbar. Ich glaube, müssen wir reparieren. Ähm, also, wie gesagt, ist nicht mein, meine Hauptrasse. Aber das funktioniert schon mal ganz okay. Macht es kurz. Euer Gebäude ist fertig. So. Und jetzt versuchen wir mal direkt, ähm, wenn man nicht weiter weiß, einfach taggen. So, wir können jetzt noch keinen Mana-Burn machen. Warte mal, wie funktioniert das mit dem Urturm? Nee, du sollst dich einpflanzen, Kollege. So. Komm, oh, Alter, pflanz dich! Pflanz dich! So, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeug, glaube ich. So, zweimal Umhang der Schatten ist natürlich supergeil. Ich meine, das wird jetzt natürlich lore-technisch schwierig, ne? Weil bis jetzt war's ja immer so, dass die weiblichen, ähm, Nachtelfen konnten sich unsichtbar machen. Die männlichen nicht. So, warum nicht? Weiß man nicht genau. Aber in der Kampagne wird die Fähigkeit... Ah, guck mal, ja, man sieht überhaupt keinen Unterschied. Aber das ist hundertprozentig nicht final. Das ist nicht final, dass man den Unterschied nicht sieht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das final sein soll. Ähm, laut der Kampagne wurde die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen, einmal als Geschenk Eluns bezeichnet. Elun ist ja diese, diese Göttin. Und daher kann es sein, dass die deswegen vielleicht nur weibliche Nachtelfen diese Fähigkeit haben. Weil die irgendwie von Elunen eher gesegnet sind. Oh, das ist ein... Das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist wie wenn du auf dem McDonald's-Parkplatz jemanden siehst, der, ähm, in seinem Auto Pommes isst. Du weißt einfach, da hat irgendwas nicht funktioniert in dem Leben. Oh, shit. Oh, warte. Genauso weißt du, dass dieser Creep nicht gut funktioniert hat. Jesus, alter Archer halten ja gar nichts aus. Wir müssen handeln. Mäh. Na gut, sieben Schaden reicht dann doch nicht. Wir müssen handeln. Okay. Gut, ähm, so, ich hab ne Huntress Hall. Zwei Urtüme des Krieges, Urtüme. Wir wollen natürlich das Spiel nicht direkt gewinnen. Ist ja logisch, wir wollen ein bisschen Einheiten zeigen. Und, ähm, ich würd sagen, wir machen mal weiter diese, diese witzigen Gebäude hier. Holen jetzt noch ein bisschen mehr Holz. Und dann machen wir diese grüne, warte, wo sind die denn? Oh Gott, äh, Urtum der Lehren? Ah ja, Urtum der Lehren ist das. Meine Klingendursten. Unsere Krieger greifen den Feind an. Nicht genügend Gold. Die Zeit ist reif. Unsere Kriegerinnen greifen den Feind an. Also alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Macht es kurz. Aber gehört dazu. Wir müssen handeln. Ich warte auf euch. Nicht die besten Drops. Jetzt hab ich mal so einen Right-Clicker-Helden und es kommt kein geiler, geiler Damage dran. Ich will Damage. Ich will guten Damage haben. Aber gut, wir haben jetzt Huntresses auf jeden Fall. Und das kriegen wir schon hin. So, wollen wir einen zweiten Helden mal bauen? Welcher zweite Held bietet sich denn gut an für Nachtelf eigentlich? Ähm, Beastmaster, Grubenlord, Tüftler, Braumeister. Ähm, das ist mal ein Braumeister machen. Möchte jemand eine Erfrischung? Noch eine Runde? Meine Klinge dursten. Nicht genügend Gold ist kurz. Euer Zeichen. Verfügt über mich. Zeig den Weg. Braucht sich da Ärger zusammen? Noch eine Runde. Meine Klinge durstet. Okay, wir brauchen Druiden. So, wir versuchen hier mal weiter zu creepen. Urtum der Leeren ist fertig. Lass mal ein paar Druiden bauen. Ich will diese Frisur nochmal sehen. Die hat mir große Freunde bereitet. Äh, wann entwickelt man das? Keine Ahnung, ich entwickle es jetzt einfach mal. Und, ach ja. Okay, Druiden, ähm, Dispel ist auf jeden Fall eine fantastische Sache. Meine Klinge dürstet. Oh, die weite, weite Welt! Oh, das wollte ich schon immer mal hören. Lass uns mal ein bisschen was entwickeln. Und, äh, Urtum der Leeren. Okay, dann machen wir gleich mal T3. T3 und dann bauen wir mal Schimären auf jeden Fall. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Äh, Druiden sind schon cool auf jeden Fall. Ich hab mir überlegt, ob ich vielleicht, vielleicht re-role mit, mit Reforged. Ich glaube, wir brauchen mehr Huntresses. Wie heilt man sich als Nachtelf? Ach so, mit dem Brunnen, ne? Ja, klar. Ähm. Forschung abgeschlossen. Meine Klingen, doch. Wir kommen, GG. Okay, gut. Ähm, aber funktioniert schon ganz gut eigentlich. Also, es macht Spaß. Es macht Spaß. Nachtelf, größer Human. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt natürlich schon in den Human drin, aber irgendwie finde ich zumindest vom Design gefallen mir die Nachtelfen noch am besten, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber, ja, auf jeden Fall, die Elfen-Synchro gefällt mir bis jetzt, glaube ich, am besten. Schreibt Mr. Nichols. Ja, ich glaube, das ist natürlich die Synchros, die man am besten kennt, man da am kritischsten ist natürlich, weil man schon ein bisschen drin ist. Ähm, ist die englische Sprachausgabe immer noch aus Original? Ja. Die englische Sprache, das ist ganz merkwürdig, die englische Sprachausgabe wurde genauso beibehalten, die deutsche wurde übersetzt und anscheinend andere Sprachen auch. Ähm, das stimmt, ich könnte die Grid-Hotkeys mal anmachen. Weil ich habe hier Benutzer definiert, Raster machen wir mal, okay, gut. Ähm, es ist ganz merkwürdig, die anderen Sprachen wurden alle übersetzt, aber das Original bleibt so weitestgehend, aber, ja, ist natürlich die Frage, ob man sich mit den neuen übersetzten Sprachausgaben anfreunden kann oder ob man dann umsteigt auf Englisch, wie man das dann tatsächlich macht. Ähm, okay, schreibt mal, welchen Helden ihr sehen wollt, welchen Helden ich jetzt als ersten spielen soll. Ich hätte ja Bock auf den Keeper, aber auf der anderen Seite... Ich meine, was soll ich fragen, ihr wollt eh Potem sehen, ihr wollt immer Potem sehen, okay. Warden heißt es hier, Warden, Keeper, Panda. Ähm, Herr Panda haben wir gerade schon gesehen, vielleicht lasst uns mal einen Keeper machen, lass uns mal einen Keeper machen. Lass uns mal einen Keeper machen. Oh, und ich muss gucken, dass wir jetzt das Replay speichern. Erinnert mich dran, wenn das Spiel vorbei ist, dass ich dann direkt auf Replay anschauen klicke, ein Button, für den ich ja mehr oder weniger verantwortlich zeichne. Das heißt, eigentlich muss ich ihn auch benutzen. Muss ich ihn auch benutzen. Lamer of the Grove. Ist das immer noch aktuell? Ist Keeper immer noch so stark? Ich hab das Gefühl, in letzter Zeit seh ich ihn immer seltener. Aber... Oder, ey, die englische Sprachausgabe kommt ganz am Ende als Überraschung. Kann auch sein. Wir wissen das alles nicht. Okay, wir spielen Mirror. Ihr kennt meine Maulwirfaugen. Ihr wisst, dass Mirror nicht immer ganz so leicht ist für mich. Aber auch da hat Reforged natürlich ein Feature zu bieten. Ähm, mit den Lebensbeirken. Das schauen wir uns gleich mal an. Ich kenn, wie gesagt, die Build Order nicht. Wir versuchen, wir improvisieren einfach mal ein bisschen. Wir schauen mal, wie's läuft. Und wir spielen gegen Sneaky Turtle auf Turtle Rock. Also, es könnte eine schicksalsträchtige Kombination sein. Weil, wenn mich hier eins bedroht auf dieser Map, ist es in der Regel eher die Schildkröten als der gegnerische Spieler. Aber, wir gucken mal rein. Äh, Jannis ist in China. Genau, Jannis ist in diese Woche und nächste Woche noch in China. Und wird dann erst zurückkehren. Okay, gut. Sneaky Turtle. So, und jetzt Achtung. Wir gucken mal auf. Ähm. Replay anschauen. Replay herunterladen. Replay ansehen ist ausgegraut. Replay herunterladen. Das machen wir jetzt mal. Ihr seht natürlich, ein viersekündiges Replay hat ungefähr 17 Gigabyte Größe. Das liegt an den neuen Reforged-Modellen. Ist natürlich riesig. Aber, es scheint fast so, als würde das nicht funktionieren. Ähm. Ja, okay. Vielleicht. Vielleicht beim nächsten Spiel. Okay. Match suchen. Wir gehen mal rein. Äh, du musst einen Namen eingeben. Oh. Oh, das hab ich jetzt verpasst. Okay, wir versuchen es gleich beim nächsten Mal. Ich hau mal in den Channel rein. Hey, Leute. Mögt ihr Creepjack? Gute Sendung. Oder? Ja, mal gucken, was so. Ich mach ich immer ganz gern. So, wenn man in der Ladder wartet, einfach ein bisschen mit den Leuten socialisen. Bisschen mingeln. Einfach mal so gucken, was geht bei denen. Ähm. Ähm. Deren Input auch mal sammeln, irgendwie. So eine Beta ist ja auch immer eine soziale Angelegenheit, ne? Mit allen anderen Beta-Testern ist man drin. Es ist so eine solidarische Gemeinschaft. Ähm. Ja, gut. Manchmal ist man natürlich auch im Spiel und hat nicht genug Zeit. Okay, wir spielen gegen Human. Wunderbar. Zumindest kein Mirror. Meine Maulwurfs Augen tanzen im Kreis. Okay. Alter, das ist schon eine Menge Bling-Bling einfach hier. So, ich glaube, das ist der Altar. Ich glaube, das ist grob die Build-Order, ne? Erst ein Altar mit einem von dem und dann ein Brunnen und dann das, ja. So, ich hab das Gefühl, dass Grid auch nicht funktioniert. Ich hab im Bau immer noch Irrwisch mit W. Naja, gut. Nicht so richtig. So, was können wir hier gut creepen eigentlich? Als Nachtelf. Oh, oh, oh. Ich weiß es nicht. Ich baue lieber einfach den. Hier mal hin. Hier kann ich nicht beschwören. Aber hier ist auf jeden Fall eine Menge los. Einer kommt noch hier rein. Ah, ich glaube, man hätte den hier hinbauen können, oder? Ist der noch nicht so weit weg? Egal. Ich muss nicht die ganzen Nachtelfen-Bild-Orders kennen. Jetzt schauen wir mal, dass wir direkt mit dem nächstbesten Holz einen weiteren Mondbrunnen bauen. Und wir versuchen es mal mit dem Keeper. The Keeper! So. So, wo ist er denn, unser Keeper? Euer Gebäude. Wer ist The Keeper? Hüter des Heinz. Der sieht irgendwie ganz anders aus vom Flair. Ich hatte da immer so einen alten, ehrwürdigen Typen. So ein bisschen der coole Onkel, der dich auch mal Playstation spielen lässt, obwohl du nur acht Jahre alt bist. Der einfach dich GTA zocken lässt. So hatte ich irgendwie den Keeper so ein bisschen im Kopf. Jetzt ist es irgendwie so ein bisschen der uncoole Cousin, der BWL studiert und ihr ein schlechtes Gewissen macht. Es ist auch eine charakterliche Änderung. Aber gut. Man darf sich auch vor solchen Änderungen nicht fürchten. Aber ich glaube... Euer Gebäude ist fertig. Ich habe irgendwie immer noch die alte Sprachausgabe im Kopf. Das ist ganz merkwürdig. Es ist so wie wenn man einen Film, den man sehr gut kennt, in einer anderen Sprache sieht. Man hat immer so... Die eigentliche Sprache schwingt noch so mit, aber sie ist noch nicht drin. Das ist eine ganz merkwürdige Situation. So ein bisschen paradox. Vlogs, ähm, wie viele... Ah, baut mehr Mondbrunnen. Dann baue ich eben mehr Mondbrunnen. Manchmal muss man auch einfach machen, was man gesagt bekommt. Da darf man nicht zu... Ich muss das Land bewachen. So soll es sein. Was war denn da gerade eigentlich? Die Natur ist in Aufruhr. Okay. Nicht ideal. Was ist denn da immer? Immer, wenn ich in die Base zurückgehe, ist da irgendwas Weirdes. Ja, ich habe viel zu wenig Mondbrunnen gebaut. Oder Mobros, wie ich sie auch ganz gerne nenne. Nennt ihr sie auch Mobros? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir scouten mal so ein bisschen, oder? Muss schon sein. Muss schon sein. Guckt euch das Schaf an! Guckt euch das Schaf an! Euer Gebäude ist fertig. Fühlt den Zorn der Natur. Bäh! Das habe ich mir gedacht. Auf euer Zeichen. Können wir den creepen? Ich glaube nicht, ne? Mit zwei? Die Zeit ist gekommen. Ah, die haben Purge, ne? Oh, shit. Ja, fuck it. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert gar nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Hallo? Ah, die ist nicht in der Steuergruppe. Ja, das ist voll dein selber schuld, wenn du in die Steuergruppe gehst. Euer Zeichen. Ihr seid am Zug. Jetzt sind wir diese WhatsApp-Gruppen an den ganzen Grundschulen. Habt ihr das mitbekommen? Ganz viele Skandale wurden aufgedeckt. Oh! So soll es sein. Die Zeit ist gekommen. Schon erledigt. Ich bin bereit. Zeigt den Weg. Schon verstanden. Ihr seid am Zug. Ein Treffer. Er bedroht die Wildnis. Die Zeit ist gekommen. Verfügt über mich. Ihr seid am Zug. Schon erledigt. Die Natur ist in Kaufuhr. So, jetzt müssen wir ein bisschen hier intensives Micro machen. Jetzt wäre natürlich Wucherwürzel geil. Aber gut. Können wir nicht alles haben. Lass uns nochmal ein paar Gebäude bauen. Das hier noch. Dann noch eine von diesen Hallen hier. Okay. Hier finden es aber nicht wirklich weiter, dass wir nicht so mega geil creepen können. Fuck it. Wir probieren es einfach nochmal. Wenn es nicht klappt, einfach nochmal genau so probieren. Hat das nicht Einstein gesagt? Ich glaube schon. Wollte mir letztens mal eine Einstein-Doku anschauen. Dann schaue ich die so an und mittendrin merke ich, das ist so eine Verschwörungstheorie-Doku. Wo es dann irgendwie um so Flugscheiben geht und so ein Kram. Da hängt das nicht scheiße. Na ja. So. Wucherwurzel. Auf euer Zeichen. Wer bedroht die Welt nicht? Auf euer Zeichen. Die Natur ist auf dem Ort. Die Natur ist auf dem Ort. Wer fügt über mich? Die Natur ist in Aufruf. Schon erledigt. Ähm. Wer verfügt über mich? Ich warte auf euch. Auf euer Zeichen. Ich warte auf euch. Schon verstanden. Ihr seid am Zug. Ne. Warte mal. Euer Gebäude ist fertig. Viel zu leicht. Auf euer Zeichen. Euer Gebäude ist gereicht. Zeigt den Weg. Nicht genügend Gold. Verfügt über mich. Ihr seid am Zug. Ich warte auf euch. Viel zu leicht. Auf euer Zeichen. Ein Schuss. Ein Treff. Zeigt den Weg. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ähm. Hier können wir nicht laufen. Ich warte auf euch. Hier kann ich nicht beschwören. Der Fall ist gekommen. Guckt euch das Schwein an. Scharf an. Das hab ich mir gedacht. Auf euer Zeichen. In Ordnung. Mein Gott. Die laufen auch überall hin. Okay. Das mit den Steuergruppen klappt nicht so mega gut. Ich warte auf euch. So. Wo ist eigentlich seine Base? Jetzt hier oder was? Besteht etwa Gefahr. Nicht genügend Gold. Der Fall ist gekommen. So. Jetzt müssen wir die mal heilen. Erleuchte meinen Weg. Zeigt den Weg. Schon erledigt. Ihr seid am Zug. Gut. Wir kommen voran. Stück für Stück. Mein Ziel ist es ja gar nicht unbedingt schnell zu gewinnen. Ihr seid am Zug. Schon bestimmt für mich. Auf euer Zeichen. Geht mal ein bisschen weiter. Das finde ich so geil an Nachtelf. Dass die so diese coolen Scouts haben. Ich habe letztens gemerkt, Scouten ist ja meine große Schwäche in diesem Spiel. Aber man muss auch dazu sagen, dass Humans eigentlich die schlechtesten Scout-Möglichkeiten haben. Ja gut, stimmt nicht ganz. Mit dem Turm ist schon ganz geil. Turm ist geil. Aber. Ich meine Orcs, als Pharsier hast du halt die kleinen Wölfe immer. Als Nightelf hast du die Wisps, die du überall positionieren kannst. Als Unded hast du die Skelette. Und ich als Human bin einfach scheiße faul. Okay. Irgendwie sind das ständig Grafikfehler, oder? Ich weiß nicht, ob wir das auch sagen. Das sind diese komischen Vögel. Diese Ultraschallvögel, die die ganze Zeit durchballern. So, wir gehen direkt T3. Wir wollen Chimären so schnell es geht. Das ist unser Ziel. Bucherwurzel oder diese Bären? So, wir brauchen Zweiten Helden. Was sagt der Chat, welcher Zweiter Held? Oder bin ich davon, dass wir... Doch, wir sind gleich fertig. Was sagt der Chat? Was ist ein guter Zweiter Held? Erste Antwort gewinnt. Panda. Nee, Eichi war der Erste. Eichi, glaube ich... Okay, komm, Eichi. Wir können mal gucken, ob Eichi Mist mittlerweile das ist jetzt sehr Meta wieder, die Leute hier. Das sind ja die Hardcore-Gamer hier im Chat, die wieder die klassischen Meta-Bilden bevorzugen. Aber okay. Wir probieren es mal. Wir können mal gucken, ob der Eichi Mist mittlerweile eine Kampfanimation hat. Ich warte auf euch. Und wir schauen mal rein. Und... Nein. Hat der nicht. Doch! Doch, da geht er. Sehr gut. Aufmacht, Posten. Wer bedrugt die Wilde? Auf euer Zeit in Position. So. Ich glaube, ich habe ein bisschen wenig Holz. Ist nicht so wild. Wir brauchen... Ich will auf jeden Fall Drujaden. Ich bin ausgerüstet und bereit. Ich will auf jeden Fall eine ganze Menge Drujaden. Weil ich habe Bock auf Dispel gegen diesen törichten, törichten Human. Der erst denkt, er könnte Einheiten gegen mich beschwören. Besteht etwa Gefahr. So. Ach, wegen dem Schwein hier. Sag mal, hallo. Der läuft ja absichtlich dahin. Was für ein Arschloch, ey. Schafe sind wirklich die unsympathischsten Tiere, die es gibt, oder? Gibt es da überhaupt zwei Meinungen? Ich glaube nicht. Ist schon mal ein unsympathisches Tier als ein Schaf gesehen? Ich bezweifle es stark. Ich bin ausgerüstet. So, wir schauen uns mal Asset, ähm, Healing Spray an. Jetzt habe ich ruckzuck zusammen. Naja, naja, naja. Geht schon. Geht schon. Hat er eine Exe oder was, der gute Mann? So, wir gucken mal. Gleich haben wir T3. Ausbau abgeteilt den Weg. Ihr werdet mein neues Rezept schmieten. Euer Gebäude ist fertig. You love my new resume. Okay. So, wir gucken rein. Schieben wir aber aus. Zack. Die Zeit ist gekommen. Fast euch kurz. Macht ihr aber keinen Ort. Wir werden mein neues Rezept schmieten. Zaberschaft des Mana-Dienstalls. Sehr gut. Sperrige Name. Gutes Item. Mich irritiert es immer, dass ich meine Einheit nicht heilen kann. Ähm. Guckt euch das mal an. Das ist auch schön. Ähm. Ah, das ist das. Das ist das. Das ist das. All about that bounce. About that bounce. Ach komm. Jetzt holt er hier seine Freunde dazu oder was? Uiuiuiui. Ah, ist das alles ein bisschen haarig. Ich finde das so geil, dass ihre erste Frage ist, werden wir erobert? Das ist wirklich so, als würde man jemand so wecken, 11 Uhr morgens, werden wir erobert oder was? Was ist jetzt los? Ah ja, erobert. Okay. Das hieß immer Krieger, ne? Ich hab das immer, ich dachte, das heißt Kriegerinnen. Hallo. Ich hab das Gefühl, die machen alle Einheiten dümmlicher irgendwie, hab ich so ein bisschen das Gefühl. Selbst die Triaden. Naja, was heißt dümmlich? Okay. Freunde, wir bauen Schimären. Okay, wir haben gleich Dispel. Okay, wir haben Dispel, Freunde. Wir haben Dispel. Wir haben Dispel. Okay, ansonsten passt eigentlich alles. Wir sind gut auf dem Weg, würde ich sagen. Wir haben ordentlich Holz. Bastio. Bauen die einfach willkürlich irgendwo hin. Hallo. So. Dass wir keine Heile haben, irritiert mich ein bisschen. Das ist mal als, äh, es ist echt ein Luxus als Human. Einfach immer so, wenn du so ein paar Priests dabei hast, weißt du immer, du wirst halt schon hochgeheilt. Das passt schon. Ich bin auch bereit. Ich bin auch bereit. Möchtet ihr etwas in die Luft jagen? Baut mehr Mond. Verfrügt über mich. Ich bin ausgerechnet. Oh, Sobi Mask. Wer bedroht die Wildnis? Jetzt der Sobi Mask. So, wir bauen mal zwei Schimären. Ach, mehr Mond. Die weite, weite, weite Welt. Ah, die sind schon ganz cool eigentlich. Die sind alle schon ganz cool. Euer Gebäude ist fertig. Verfügt über mich. Kacktail gefällig. Was ist der Ruf der Natur? Ich habe mich darauf, wenn ich schon alles will. Die Freude ist gekommen. Ah, vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Frontline. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Huntresses. Huntresses. Das ist natürlich nice. Hier als Alchemist ist Rüstung super stark. Plus 9,7 Rüstung. Ey, und eine Sobi Mask. Das ist natürlich schon ziemlich cool. So, wir gucken uns mal unsere Schimären an. Ja gut, das ist natürlich jetzt ideal gegen diesen Golem Spot. Ich glaube, wir brauchen einfach nur ein bisschen mehr Zeug. So, jetzt haben wir mal den Blitzangriff gesehen. Jetzt machen wir den Schlammangriff. Aber der ist ja nur gegen Gebäude, ne? So, jetzt gucken wir uns das mal alles an. Gut, da komme ich jetzt nicht so gut durch die Base durch. Ja, der ist jetzt leer, ne? Man kann es nicht sehen, dass der leer ist. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so final ist. Ähm, weil das kann nicht sein. Also, da glaube ich nicht dran. Da möchte ich nicht dran glauben. Komm, lass uns noch einen Helden mitnehmen. Lass uns noch schnell einen Helden einpacken. Oh, 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 oh. Okay, da ist auf jeden Fall ein... Das habe ich mir gedacht. Werden wir erobert? Wer bedroht die Wege? Nice. Nice. Bei den Geistern. GG. GG, ich bin reingeholt. Sehr schön. Also, funktioniert gut. Kann man nichts sagen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, das Replay zu speichern. Oh, da habe ich mir selber diesen Button herbeigeredet. Och Gott. Och Gott. Jetzt habe ich ihn nicht. Das hätte mich interessiert, ob man das Replay machen kann. Ich mache jetzt... Ich suche noch ganz schnell eins. Ah, ihr schreibt's. Ähm. Ich mache noch ganz schnell eins, brech das sofort ab und versuche das Replay zu speichern. Einfach, um zu gucken, ob man Replays abspeichern kann. Ähm. Ja. Ja, ja. Ja, gut. Jetzt schreibt ihr alle, ich darf's Replay-Speicher nicht vergessen. Das ist richtig. Aber, ähm. Ich war im Rausch. Ich war im Rausch. Ey, Entangling Roots macht Spaß. Das ist so ein richtiger... Oh. Respect the Button. Absolut. Absolut. Ich spiele auch schon noch Liga. Keine Angst, äh, Freunde. Machen wir noch. Ähm. Ich will nur ganz kurz... Weil wir jetzt so viel in Creepjack drüber gesprochen haben, über den Observer-Mode und Replays. Dass ich zumindest einmal gucken muss, ob's über... Äh, Replay ist autosave. Sekunde. Sekunde, pronto. Moment mal. Da müssen wir kurz reingucken. Wo finde ich das jetzt? Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt sind wir drin. Achtung, wir sind drin. Replay. Ah, guckt mal hier tatsächlich. Ihr habt recht. Wir schauen mal rein. Hier haben wir Last Replay. Ähm, im Ordner Warcraft 3 Beta Replay. Wir schauen einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt hier drauf... Bild draufklicke. Gut. Äh, da bin ich... Game over. Da hab ich schon verloren. Ähm... Ja, keine Ahnung. Äh, keine Ahnung. Warte mal. Öffnen mit... Ja, was weiß ich denn? Ich weiß nicht, ob man schon Replays angucken kann. Ähm... Öffnen mit... Weitere Apps und dann... Ähm... Das hier, das koreanische... Warte mal. Andere App auf diesem. Äh, im Game öffnen. Okay, gute Idee. Schauen wir mal ganz kurz ins Spiel rein. In-Game auf Wiederholung. Sehr gut, der Chat kennt sich aus. Fantastisch, vielen Dank. Okay, wir sind drin. Wir hacken uns rein. Wiederholen heißt es hier. Wiederholen. Okay. Ähm... Und hier Last Replay. Tatsächlich ansehen. Fantastisch. Dauer 15 Minuten. Das gefällt mir schon ganz gut. Ah. Ah, okay. Hier kann man suchen anscheinend. Aber ansehen geht anscheinend noch nicht. Ansehen geht noch nicht. So wie ich das richtig sehe. Oder? Ich kann es hier löschen. Aber das Interface... Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich kann es ansehen oder löschen. Aber da geht nichts. Ähm, gut. Also wir können noch nichts sagen zum Thema Observer Mode, Replay Modus und so weiter. Können wir nichts machen. Aber... Naja. Gut. Kann man nichts machen. Ähm, es hat zumindest gut funktioniert. Kommen wir also zur Creepjack Liga. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Die neue Saison hat angefangen. Diese Woche ist die erste Woche der neuen Creepjack Liga. Ihr denkt euch, was? Die Creepjack Liga. Wie komme ich da hin? Natürlich ganz euer erster Anlaufpunkt ist natürlich wie immer creepjack.de. Da geht ihr auf Community und Liga auf die offizielle Liga Seite. Und hier seht ihr, das sind die ganzen Ligen mittlerweile. Hier gibt es auch einen Baum, der aufzeigt, wie die ganzen Ligen mittlerweile organisiert sind für Season 3. Also ja die erste Liga, die beiden zweiten Ligern. Hier bin ich. Ähm, ich bin jetzt in 2b. Und dann haben wir vier Dritte, acht Vierte und dann nochmal vier Fünfte Ligen. Jeweils mit acht Spielern. Also eine ganze Menge Spieler mittlerweile dabei in unserer fantastischen Creepjack Community Liga. Die ab jetzt wieder spielen wird. Ihr werdet dann sehen, ähm, wie das dann aussieht. Wie die Ergebnisse sind. Und natürlich heute das erste Match mit mir. Ich gegen Laoche, Laoche, was auch immer, spielt Ork. Und ja, natürlich gibt es wie immer nicht nur einfach eine neue Season, sondern auch eine neue Community Map. Es gibt eine neue Community Map. Und zwar diese hier. Diese neue Community Map gibt es zur Auswahl. Kann gespielt werden. Sie hat einen sehr schwer auszusprechenden Namen. Hier oben könnt ihr ihn sehen. Wir nennen sie Rivalite, Rivulé, Ravulé, Rivulet, äh, Rivulet. Man weiß es nicht genau. Niemand weiß, wie diese Map heißt. Ist aber auch nicht so wichtig. Wir müssen sie nicht aussprechen. Wir müssen sie nur dominieren. Und, ähm, hier sehen wir die ganze Map einmal. Also ihr seht eine Zweispieler-Map. Ähm, und es gibt für jeden Spieler zwei weitere Goldminen. Eine hier sozusagen als Natural Expansion. Dann hier noch eine dunkelrote. Es gibt hier, könnt ihr sehen, die beiden Tavernen. Also zweiter wären, ähm, linien-symmetrisch, punkt-symmetrisch hier in der Mitte. Und dann eben die Labore ganz unten und ganz oben. Und dann in der Mitte, so als kleiner Mittelpunkt dieser ganzen Map, haben wir hier diese Steg-Situation. Äh, nein, man kann den Steg nicht begehen. Habe ich bereits, ähm, herausgefunden. Der Badermeister schmeißt einen raus, wenn man das macht. Da kann man auf keinen Fall raus. Und hier sind dann noch beide Shops direkt in der Mitte. Ansonsten haben wir hier von den Creeps alles relativ Standard. Hier sind so ein paar, ähm, Trolle. Hier sind wieder ein paar Murlocs und eine Schildkröte. Und ansonsten, ja, ihr seht es ja, es gibt kein Söldner-Lager. Was ich ganz interessant finde auf der Map ist, dass oben die Base relativ viele Creeps-Bots sind. Also das hier ist ein Oranger. Das ist ein Oranger. Der ist relativ hart. Hier auch und da auch. Und dann eben oben die Goldmine. Also man kann hier entweder den hier nehmen und dann den. Oder den muss ich so ein bisschen entscheiden. Obenrum oder untenrum. Es gibt relativ viele Zugänge zur eigenen Base. Und hier eine recht große Fläche. So eine richtige Super-Choke gibt's nicht. Hier so zwei kleinere Eingänge. Ansonsten, ja, glaube ich, ähm, kann ich zumindest nicht so wahnsinnig viel noch dazu sagen. Ich werde sie jetzt heute mal nicht bannen. Ich werde sie nicht bannen. Vielleicht wird sie meinen Kontrahent bannen. Das werden wir gleich sehen. Aber ich werde sie nicht bannen. Ich hab schon zwei Spiele drauf gespielt. Und, ähm, wie gesagt, hier sind die dunkelroten, äh, Punkte. Hier noch so ein kleiner dabei. Äh, Gindo70 fragt, wieso Human Map? Das verstehe ich nicht, was damit gemeint ist. Ob diese Map für Humans gut ist oder nicht gut. Wenn du das auf den ersten Blick siehst, ähm, finde ich gut. Aber, ähm, kann man, weiß ich nicht, kann ich zumindest nicht sagen. Die Expansion ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut machbar. Ähm, aber auch relativ offen für den Gegner. Aber das ist ein Creep-Camp, das ebenfalls ganz gut machbar ist. Falls das reicht für dich als Human Map, dann, ähm, okay. Sie ist auch wieder von Tenshi, der auch schon die letzte Map gemacht hat. Und wenn ihr denkt, Moment, wo kriege ich diese Map denn her? Wie kann ich denn selber auf sie spielen? Auf ihr spielen, wie immer. Erst mal einen Duden holen und dann natürlich, wie immer, eure erste Anlaufstelle Creepjack. Hier geht ihr auf Community Maps. Und hier seht ihr die Map Liga Season 3. Season 2, die ist auch hier. Könnt ihr euch einfach runterladen. Beide von Tenshi, wie gesagt. Und kleiner Shoutout hier an der Stelle. Es gibt mittlerweile auf Creepjack.de nicht nur Community Maps zum Thema Multiplayer, sondern, und das finde ich eigentlich ganz cool, es gibt mittlerweile auch eine Kampagnen-Map. Ja, Sebastian hat eine Kampagne gemacht. Aus der Sicht der Orks. Ähm, er meinte, es ist eine relativ klassische Warcraft-Kampagne. Aus Sicht der Orks. Und hier kann man sich den ersten Teil schon mal runterladen. Ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee, dass man nicht nur Multiplayer-Maps, ähm, baut, sondern auch eigene Kampagnen bauen kann. Hier könnt ihr euch schon mal den ersten Teil runterladen. Wenn ihr die Warcraft-Kampagne cool fandet, schaut euch da rein. Ich hab sie selber noch nicht getestet, aber das könnt ihr mal machen und sagen, ob ihr sie cool findet oder nicht. Und falls ihr selber Kampagnen baut und sagt, ich hab eine verrückte, crazy Kampagne mit den Nagern oder Hochelfen oder was auch immer, coole Ideen, äh, sowas in der Richtung, ähm, schickt sie mir gerne. Florentin.will at rocketbeans.de oder tv.de Ähm, schickt sie mir gerne oder im Forum einfach. Und dann werde ich die hier veröffentlichen. Dann haben wir so einen kleinen eigenen Kampagnen-Kosmos. Und dann alle, die sich vielleicht ein bisschen ärgern, dass es über Reforged keine neuen Kampagnen gibt, ähm, können dann vielleicht einfach hier die Community-Kampagne spielen. Ist doch cool, ist doch was für alle dabei. Und es wird ein Fest. Und, äh, wie gesagt, hier die neue Map. Rivulet. 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 Warte mal, können wir das mal kopieren? Warte mal. Was sagt Google, wenn man das, eigentlich als jeder gute Mapmaker muss man das einmal gucken, was passiert, wenn man den Namen googelt. Wir googeln mal. Okay, es ist Englisch für Bach. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Haben wir schon wieder was gelernt? Bach, wir hören mal ganz kurz rein. Rivulet. 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 Brookstream Creek Rivulet Burn. Also, es steht für Bach. Okay. Cool. Wow. Der kennt ganz schön coole englische Begriffe auf jeden Fall. Und, ja, wie gesagt, das hier ist die Liga, in der ich heute spielen werde. Ich werde einmal gegen alle spielen. Gegen manche kenne ich schon. Äh, Neo Biota hat mich fertig gemacht. Black Fox hat mich fertig gemacht. To Be Facts hat mich vernichtet. Mal schauen. Mal gucken, wie es läuft. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass ich nicht durch Leistung in dieser Liga bin. Sondern ich habe letzte Saison ziemlich viel verloren und glaube, ich war sogar letztplatzierter und bin nur in der Liga geblieben, weil einige ausgestiegen sind und ich damit sozusagen bleiben musste. Mein Anspruch für diese Liga-Saison. Ich will besser abschneiden als letzte Saison. Es ist nicht so super schwer. Deswegen ist der Druck auf meinen Schultern nicht so groß. Aber ich will besser spielen. Ich will meinen Platz in der zweiten Liga nicht nur durch Glück und irgendwelche organisatorischen Dinge bestätigt haben. Ich will ihn mir erkämpfen. Ich will ihn mir erspielen. Ich will mindestens die Hälfte aller Spiele gewinnen. Ja, ist hoch gegriffen, aber ich brauche Ziele. Und, ähm, ich will ran. Ich will zumindest nicht komplett nur auf die Fresse kriegen wie letzte Saison. Das ist mein Ziel. Grob gesteckt. Und, ähm, damit werden wir gleich anfangen mit dem ersten Spiel gegen Ork. Ja, es ist meine Hass-Rasse so ein bisschen. Es ist schwierig gegen Ork, aber, ähm, ich habe auch viel gegen Ork gespielt. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Wir schauen, was passiert. Wir machen ein kleines bisschen Werbung. Ich werde meine Finger ein bisschen aufwärmen. Und dann starten wir in das erste Liga-Spiel dieser Saison gegen La... Warte, das müssen wir jetzt auch mal gucken. La... Oche... Ähm... Translate... Gibt's nicht. Gibt's nicht. Wissen wir nicht. Es ist, ähm, mysteriös. Gut. Wir wirken ein kleines bisschen in Werbung, schlagen alle nochmals Lexikon auf, wärmen uns die Finger auf und dann geht's los mit dem ersten Liga-Spiel. Los geht's. Bis gleich. Mich hat mal ein Pferd gedrehten. Wir müssen das ändern. Wir müssen, wir müssen das ändern. Herzlich willkommen zurück bei Creepjack. Ähm, Janis ist immer noch nicht da, der ist immer noch unterwegs nach China, um in den nächsten zwei Wochen fantastische Spiele für euch zu casten. Übernächste Woche ist er wieder hier. So. Es geht direkt weiter mit dem ersten Liga-Spiel, mit meinem ersten Liga-Spiel in der Saison. Mich hat mal ein Pferd gedrehten. Für einmal aufs Stuhl, oder was? Da will ich einmal ausbrechen, einmal frei sein, einmal mich selbst spüren. Und das krieg ich dafür. So, es ist zu der Situation ... Es ist zu der Situation gekommen, die wir alle erwartet haben. Äh, mein Gegner und ich, wir haben schon unsere Maps gebannt. Es liegt jetzt an mir, eine Map zu picken und mein Gegner hat Rivulet nicht gebannt. Das heißt, ich muss jetzt meinen Worten Taten folgen lassen. Und, ähm, ehrlich gesagt, ich hatte damit gerechnet, dass er sie bannt. Ähm, aber gut. Ich pick sie. Fuck it. Ich pick sie. Ich versuch, in dieser Saison mal nicht so verkrampft ranzugehen. Ich war letzte Saison immer so, oh, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen. Ich glaube, da stand ich mir selber im Weg so ein bisschen. Da ist der Wille zum Sieg, steht dem Sieg im Weg. Und deswegen versuch ich, diesmal ein bisschen lockerer ranzugehen. Ja, ein bisschen entspannter, ein bisschen mehr ... Ja, ich versuch mehr so zu sein wie Knete. Ich war, sonst war ich immer so, so, so eine steife Rübe. Und ich war zu versteift auf das, die eine Sache. Und jetzt muss ich mehr so wie Knete sein, wie Lehm, ja. Ich pass mich an der Situation. Ich bin weicher, warmer Lehm. Und egal, was, was kommt, ich pass mich an so. Ich, 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 ich lass die Pfeile durch mich durchfliegen, ohne daran kaputt zu gehen, weil ich bin weich, ich bin warm. Ähm, und das heißt, ich, äh, pick jetzt Rivulet. Ich tue es. Rivulet, wir sehen die Community-Map. Wir sehen sie in einem Spiel. Und mein Gegner wird die nächste Map picken. Und dann gehen wir schon mal ins Spiel rein. Und, ähm, ja, wer jetzt prognostiziert, dass ich in zehn Minuten hier fluchen und weinend auf dem Boden liege, kann gut sein. Aber man kann ja auch mal wieder mit, mit guten, äh, Vorsätzen ins, ins Jahr, ähm, ins nächste Saisonjahr gehen. Bald ist ja auch Silvester. Ich hoffe, ihr habt euch gute Vorsätze gewählt. Tatsächlich, mein Vorsatz letzt, letztes Jahr war, ähm, bessere Vorsätze mir zu machen. Nächstes Jahr, das wäre dieses Jahr. Ich hab noch keine. Ich hab keinen einzigen guten Vorsatz. Bin ich sehr ehrlich. Bin ich extrem ehrlich, was das angeht. Ähm, ich bin nicht gut in Vorsätzen, ehrlich gesagt. Ich bin sehr schlecht in Vorsätzen. Ich glaub, ich bin besser darin, Vorsätze umzusetzen, als Vorsätze zu machen. Gut. Okay, wir schauen mal rein. Gut. Er ist durch. Dann braucht es einen Host. Ich weiß gar nicht, wer dabei ist. Wir sind drin. Das ist das gute alte Battle.net. Ich hab einen leichten Maus-Delay. Ich geh noch mal raus. Stopp, stopp, stopp. Ich lass mich davon noch nicht ablenken, Freunde. Wenn ihr denkt, oh, ihr seht jetzt den alten Florentin wieder, der hier rumheult und der hier rumschreit. Nein, ganz entspannt. Ja, ich schließ mal Chrome, weil vielleicht hat man durch Chrome ja ... What? Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier los? Moment mal, das ist ja der Reforged-Editor. Nein, nicht speichern. Ähm, ich bin ganz locker. Ich bin entspannt. Ähm, versuch, das Spiel locker zu nehmen. Ja, auch mal neue Einheiten auszuprobieren. Ganz geschmeidig, locker. Ich bin warmer Lehm. Alles in Ordnung. Obwohl Lehm wird hart, wenn er warm wird, ne? Ich bin kalter Lehm. Ich bin eiskalter Lehm. Kalter, feuchter Lehm. So eine richtige ... Wie so ein nasser Handschlag. Wie so ein ekelhafter, nasser Handschlag. So bin ich heute. Ist ein bisschen kalt hier, oder? Also ich will nicht schon jetzt die ... Ich will nicht schon die Ausreden-Kanone aufladen. Aber ein bisschen kalt, oder? Okay, Finger sind warm, Freunde. Aber ich hab mein Passwort falsch gesagt. Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt. Dann hoste ich das erste Spiel. Ähm, wie gesagt, wär nett, wenn ihr nicht joinen würdet. Ähm, da ihr das nur aufhaltet. Ich kann euch leider nicht zuschauen lassen. Weil euer Lag zieht uns alle runter. So, ich würde sagen, dann starten wir direkt auf Rivulet. 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 So. Ähm. Rivulet. Niemand weiß, was passiert auf dieser Map. Vielleicht ... Das war jetzt ein kompletter Curveball. Vielleicht kennt mein Gegner die Map überhaupt nicht. Und weiß nicht, was los ist. So, wir haben keinen Platz für Schiedsrichter. Ich hoffe, dieses Setup hier reicht. Äh, für Schiedsrichter, ähm, dass alles in Ordnung ist. Ähm. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand ... Äh, ich sehe zumindest keinen der Admins hier im Chat, die jetzt irgendwie noch joinen wollen. Von daher hoffe ich, das funktioniert so. Aber ... Gut. Angst, Potter. Wir sehen uns auf dem Quidditch-Feld, Potter. Ich hab keine Angst, Freunde. Ich bin nasser, kalter Leben. So. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. So. Träum weiter. Träum weiter, Mervoy. Schön die Ellbogen warm machen, ja? Die eigentlich, die Kraft kommt aus dem Ellbogen. Die kommt gar nicht so. Das ist wie ... Eigentlich ... ... mit den Armen arbeiten, als mit den Händen. Okay, los geht's. Leichten Maus-Delay, wie gesagt. Komm, wir haben ein bisschen Spaß einfach. Ich geh da locker ran. Ich schau auch nicht in den Chat. Der Chat hat eigentlich auch nicht mehr Informationen als ich. Ähm. Okay. Wieder anfangen schon mal. Aber gut. Okay. Trotzdem versuchen wir zu gewinnen. Und ähm ... Also, wie gesagt. Gegen Ork ist wichtig. Schnell T2. Ich hab da so ein kleines Sprichwort. Wie gewinnt man gegen Ork? T2 und Supply. Ist ein freches kleines Sprichwort. Könnt ihr euch auf dem Arm tätowieren. Müsst ihr aber nicht. Ja. Also, da mache ich euch überhaupt gar keine Vorgaben. Ähm. Ähm. Alles optional. Und wir machen den Wall-In. Und wir haben große Angst vor Wyvern. Ja. Wyvern. Die Einheit, die völlig unverdient Spiele gewinnen kann. Aber diese Wertung. Oh, da ist ja wieder ein bisschen Wertung mit drin gewesen. Muss, glaube ich, gar nicht sein. Und wir machen auf jeden Fall ein Wall-Off. Wir versuchen uns daran zu orientieren, was der Gegner macht. Wichtig ist vor allem, dadurch, dass wir ein Wall-Off haben, können wir unsere Helden nicht ganz so gut schützen. Das heißt, sollte er jetzt am Anfang harassen, wovon wir mal ausgehen, dann ist ganz wichtig, dass wir auf jeden Fall auf unseren Helden die HP sparen. Ich glaube, wenn ich den wegmache, dann kann ich hier noch ein Sanktum hinbauen. Weil darum geht es uns, möglichst schnell zwei Arkanä-Sanktä zu bauen. So. Räuft doch alles super wunderbar. Wir scouten hier mit dem mal so ein bisschen. Vielleicht hat unser Gegner die Map noch nie gespielt und ist jetzt so ein bisschen verwirrt. Vielleicht findet er uns nicht. Vielleicht scoutet er die falsche Mine. Ganz viele unfaire Vorteile, die vielleicht auf unserer Seite sind. Vielleicht auch das genaue Gegenteil. Denn er ist ein absoluter Profi und hat sich vorbereitet. Wer weiß. Zumal jetzt ja Leute in der Liga sind, die sich hochgearbeitet haben. Die nicht einfach nur durch unverdienten Prestige in der Liga sind, sondern die sich hochgearbeitet haben. Das sind eigentlich die gefährlichsten. Das sind eigentlich die gefährlichste, die sich hochgearbeitet haben. Was ist das? Was ist das? Mir Arbeit. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Schätzt du das? Was ist ein Fehler? Und? Mir Arbeit. Und? Was braucht ihr? Schon unterwegs? Ihr braucht meine Hilfe? Was? Okay. Jetzt mache ich hier weiter. Okay. Okay. Ich habe jetzt leider seine Base nicht gefunden. Was ist das? Es ist mehr Holz erforderlich. Nun macht schon. Geht in rum. Errichtet mehr Hilfe. Was ist? Ich gehe dann mal. Ja, mein Noel. Und? Was braucht ihr? Nun macht schon. Ja, die Creep-Camps, äh, die Creep-Routen sind so ein bisschen chaotisch jetzt. Äh, natürlicherweise. Aber gut. Ja, wir haben jetzt leider nicht gesehen, was er hat. Vielleicht sollten wir noch weiter scouten. Schon unterwegs. Was ist das diesmal? Nun errichtet mehr Höfe. Okay. Ja, mein Linshaar. Nun macht schon. Errichtet mehr Höfe. Was ist das? Errichtet mehr Höfe. Errichtet mehr Höfe. Errichtet mehr Höfe, wie ich dachte. Ich kann hier nicht bauen. Sehr gut. Nun macht schon. Was ist das diesmal? Was braucht ihr? Unser Strengfaffner werden angegriffen. Einsatz bereit. Ihr braucht meine Linshaar. Fragt das Zauberwort. Richtig. Nun macht schon. Was ist das diesmal? Ja, mein Linshaar. Was ist das diesmal? So, T2 und Supply brauchen wir. T2 sind wir auf dem Weg, Supply brauchen wir. Richtig. Ihr braucht meine Linshaar. Fragt das Zauberwort. Er hat keine Echse. Einsatz bereit. Was ist das diesmal? Und? Etwas merkwürdig. Gut. Nun macht schon. Wir haben keine Ahnung, was unser Gegner macht momentan. Und? Ihr braucht meine Linshaar. Außer, dass er hier durch die Gegend gurkt. Nun macht schon. Jetzt. Gut, gurkt. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen arg negativ ausgedrückt. Kriegen wir das? Nee, das war das dicke Creepcamp, ne? Was ist das? Ich glaube, das ist zu krass. Ihr braucht meine Hilfe? Arbeit ist Gott. Arbeit ist Gott. Arbeit ist Gott. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt zurück. Aber gut zu wissen, dass er einen Blademaster hat. Was ist das Zauberwort? Was ist das diesmal? Ihr braucht meine Hilfe? Ausbau abgeschlossen. Ich habe es kaum erwartet. Und? Was ist das? Ja. Du magst schon. Und? Was auch immer. Ich habe es kaum erwartet. Was ist das diesmal? Was? Es ist mehr Gold erforderlich. Ihr braucht meine Hilfe? Perfekt. Fehle. Lasst mich mal ran. Und? Ihr braucht meine Hilfe? Was ist? Ich gehe dann mal. Und? Macht schon. Was auch immer. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen meine Hilfe? Was brauchen wir? Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Okay. Klassische. Klassische Build Order auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt scheiße, dass wir so viel Gold verloren haben. Ja. Und wer will was haben? Nun macht schon. Was? Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, unsere Sankten sind super late, leider. Es ist mehr Gold erforderlich. Aber er hatte... Ah, nein. Sehr gut. Ah, das ist bitter. Das ist sowas von gecancelt, leider. Fuck. Come on, ruhig bleiben. Shit. Ah, das ist das Problem, wenn man die Map nicht kennt. Mehr Arbeit? Ja, mein Lord. Nun macht schon. Gebt mir was zu tun. Nun macht schon. Arbeit ist weiter. Wartet, bis ihr mich im Einwarten. Und? Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, mein Lord. Nun macht schon. Ah, hey. Ich komme durch. Okay, wir haben klassisch Walker Raider. Was ist das du's machen? In den Kampf. Nun macht schon. Gebt mir was zu tun. Was ist das du's machen? Nun macht schon. Es ist mehr Gold erforderlich. Unsere Feindrachter werden ange... Was ist das du's machen? Wartet, bis ihr mich im Einsatz sehen. Auch meine ich... Wir sind heute launisch. Warum habe ich hier ständig den... Und? ...Waypoint, bitte? Nun macht schon. Was darf sein? Was ist das diesmal? Ah, hey. Hier braucht meine Hilfe, man. Und? Ach, Martin, wir sehen mich im Einwarten sehen. Nun macht schon. Heute ist es nichts abgeschlossen. Jetzt bin ich leider eingewollt. Ja, mein Gott ist mal gut. Okay. Und dann... ...glaub ich... ...sieht es hier schon nicht so gut aus. Ja, gegen Ork muss man konstant bei seiner Armee bleiben mit der Kamera. Ansonsten passiert das. Mehr Arbeit? Ich geh dann mal... Nun macht schon. Helft mir, euch zu helfen. Und? Braucht ihr Hilfe, Mensch? Ja. Was ist es diesmal? Helft mir, euch zu helfen. Es ist mehr Gold zu säubern. Ihr braucht meine Hilfe. Was darf sein, Hitzkopf? Immer einsam mit den jungen Pferden. Ihr braucht mir was zu tun. Ich komme um dieses Land zu säubern. Was darf sein, Hitzkopf? Ist meine Hilfe von möglich? Nun macht schon. Ihr braucht ihr Hilfe, Mensch? Es ist mehr Gold erforderlich. Ihr braucht meine Hilfe. Was ist es diesmal? Hitzkopf. Was für eine gute Idee. Und? Nun macht schon. Ja, mein Lord. Und? Was darf sein, Hitzkopf? Arbeit ist voll gut. Was ist es diesmal? Hoffentlich taugt das was. Nun macht schon. Es ist mehr Gold erforderlich. Wir brauchen meine Hilfe. Ich habe viel zu wenig gecreept. Ihr braucht meine Hilfe. Ich habe kein TP leider. Perfekt. So, und jetzt kommen halt gleich die Wyvern wahrscheinlich. Das ist das große Problem. Und? Hält mir, euch zu helfen. Die Magieströme sind heute launisch. Es ist mehr Gold erforderlich. Was ist es diesmal? Ihr braucht meine Hilfe. Vor schon abgeschlossen. Was ist es diesmal? Ich weiß nicht, ob ich an, was ich machen soll. Weil ich habe keinen TP. Ich kann mich nicht zu weit von der Base entfernen. Was darf sein, Hitzkopf? Helft mir, euch zu helfen. Ich kann auch nicht kämpfen. Also warum? Was mache ich hier eigentlich? Was ist es diesmal? Hält mir, euch zu helfen. Wie geht es jetzt wieder? Auf meine Hilfe. Braucht ihr Hilfe? Was ist es diesmal? Was darf sein, Hitzkopf? Nun macht schon. Und? Was ist es diesmal? Nun macht schon. Was darf sein, Hitzkopf? Was ist es diesmal? Immer langsam mit den jungen Pferden. Ich kann es kaum erwarten. Ich brauche Hilfe. Ich brauche meine Hilfe. Oder auch Zeit. Immer langsam mit der gute Laune. Was darf sein, Hitzkopf? Was ist es diesmal? Und wartet, bis ihr mich im Einwachsenen. Ja, mein Lauf. Mehr Arbeit? Na gut. Was ist? Arbeit ist vollbracht. Ich kann ja... Oh, fuck! Oh, warum bin ich so dumm? Nein! Ach, komm! Ich hab's halt noch gesagt, ey. Das Wichtigste ist bei der Armee... Was hat der für eine riesige Armee eigentlich? Ja. Und? Sorry. Ich hab keinen TP. Sorry. Entschuldigung. Fuck! Mann, fuck! Okay, nächstes Spiel. Egal. Naja. Naja. Ist okay. Bin ich ruhig geblieben? Bin ich lehm geblieben, wie ich wollte? Nein. Aber ist nicht so gut. Naja. Ähm... So. Okay. Äh... Gut. Der nächste Map Echo Isles. Okay. Echo Isles. Ist das die richtige? Ja. Wie gesagt, bitte nicht joinen. Ah, schade, ey. Ah, das ist so doof gegen Ork. Das ist... Das Wichtigste ist die richtige Positionierung, dass ich ihn kite irgendwie, aber... Wenn... Wenn er halt schon direkt in meiner Base ist, ist es halt super schwer. Gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Bis dahin lief's ja gar nicht so wahnsinnig schlecht. Dass ich keinen TP hab, war halt scheiße. Es ist halt immer so dumm, diese Situation. Man hat keinen Gold, sich einen TP zu leisten. Was macht man dann? Weil man kann die Base eigentlich gar nicht verlassen. Weil, wie gesagt, gegen Ork ist halt so eine falsche Positionierung. Und das ist vorüber. Aber gut. Nächstes Spiel. Alles wird ein bisschen besser dieses Mal. Kriegen wir alles hin. Alles möglich. Alles möglich. Und für das war jetzt nicht katastrophal falsch. Ich glaube nicht. Er hat zumindest nicht harassed. Ich meine, das ist natürlich dann leicht zu spielen, wenn er gar nicht harassed. Aber gut. Vielleicht, wenn das sein Spielstil ist und er wieder nicht harassed, vielleicht haben wir eine Chance genug zu creepen, um was machen zu können. Aber ja. Ja, TP sind echt super teuer. Das ist echt nervig. Wenn man die, wenn man gerade die beiden Arkanen Sankten fertig hat und eigentlich jetzt unbedingt Caster pumpen will und dann verliert man seinen TP so dumm. Und zwei TP so dumm mit dem, mit dem in die Base stecken, dann ist das echt ärgerlich. Aber gut. Naja. Kriegen wir alles hin. Wird schon, wird schon, wird schon. Okay. Ruhig bleiben. Alles ist drin. Du willst die Hälfte der Spiele gewinnen. Das heißt, ein Sieg reicht. Das ist machbar. Einfach konzentriert bleiben. Keine dummen Fehler machen. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Mehr Arbeit. Ein bisschen die Base. Auflockern. Sagt das Zauberwort. Bereit zur Arbeit. Arbeit ist vollbrannt. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, mein Lord. Ich nehme hier. Was ist? Ja, mein Lord. Ganz gern vier mit. Mehr Arbeit. Auf die Krüte. Ja, mein Linzer. Ja, mein Linzer. Was ist? Na gut. Das sind keine Militia geworden, leider. Sagt das Zauberwort. Schon unterwegs. Richtig. Okay, haben wir wieder Blade Master. Ja, mein Lord. So, kriegen wir es hin mit den Militiern. Ja, brav. Meine Hilfe. Gut. Nicht so wild. Wasser elementar tankt schon. Unsere Streitkräfte werden reichen. Mehr Hilfe. Sagt das Zauberwort. Und? Nun macht schon. Ausbau abgeschlossen. Was ist? Ihr braucht meine Hilfe? Nun macht schon. Ja, mein Lord. Ihr braucht meine Hilfe? Was? Was ist es diesmal? Mehr Arbeit? Was ist? Es ist mehr Holz. Ja, mein Lord. Nun macht schon. Perfekt. Was braucht ihr? Natürlich. Ihr braucht meine Hilfe? Was? Ich geh dann mal. Nun macht schon. Ihr braucht meine Hilfe? Ja, mein Lerner. Was ist es diesmal? Sagt das Zauberwort. Du macht schon. Errichtet mehr Hilfe. Was ist es diesmal? Und? Du macht schon. Arbeit ist vollbracht. Ich bin sorry. Arbeit ist vollbracht. Ich bin sorry. Ja, mein Lerner. Was ist es diesmal? Was ist das? Da werden angegriffen. Meine Hilfe? Ich bin kaum erwarten. Was ist es diesmal? Und? Nun macht schon. Was? Na gut. Was ist? Was ist es diesmal? Nun macht schon. Was ist es diesmal? Wenn wir irgendwas stattdessen creepen machen. Ihr braucht meine Hilfe? Nee, wir können, können wir die... Arbeit ist vollbracht. Was ist? Na gut. Ihr braucht meine Hilfe? Einsatzbereit. Für den Ruhm. Was braucht ihr? Und? Nimm Flori, Frostaris, Sedar. Wahrscheinlich creept er das jetzt zu. Ihr braucht meine Hilfe? Und? Befehle? Was ist es diesmal? Sag das Zauberwort. Und? Nun macht schon. Was ist es diesmal? Ja, mein Lerner. Nun macht schon. Was ist es diesmal? Und? Ich kann es kaum erwarten. Ausbau abgeschleppt. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Mehr Arbeit. Arbeit ist vollbracht. Was ist da? Mehr Arbeit. Ich kann ja nicht bauen. Ich geh. Und? Was braucht ihr? Nun macht schon. Was auf jeden Fall. Fehler? Ihr braucht meine Hilfe? Nun macht schon. Arbeit ist vollbracht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Nun macht schon. Sag das Zauberwort. Was ist es diesmal? Ja, mein Lerner. Ihr braucht meine Hilfe? Nun macht schon. Ich kann es kaum erwarten. Ihr braucht meine Hilfe? Und? Nun macht schon. Und? Nun macht schon. Ihr braucht meine Hilfe? Arbeit ist vollbracht. Was ist es diesmal? Und? Arbeit ist vollbracht. Ihr braucht meine Hilfe? Was braucht ihr? Nun macht schon. Sag das Zauberwort. Ihr braucht meine Hilfe? Na gut. Wer will was haben? Und? Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Nun macht schon. Was braucht ihr? Und? Ein Fehler? Nun macht schon. Was ist das? Ja, mein Lenser. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Nun macht schon. Was darf's sein, Hitzker? Geh den rum! Wartet, bis ihr mit mir einwachsen. Sag das Zauberwort. Und? Und wieder sind die Ohren. Sag das Zauberwort. Nun macht schon. Wartet, bis ihr mit mir einwachsen. Nicht gelungen machen. Nun macht schon. Gebt mir was zu tun. Was ist das? Hilfe? Nein? Hm? Ihr braucht meine Hilfe? Ich komme aus dem Zauberwort. Sag das Zauberwort. Sag das Zauberwort. Na mein Lenser. Nun macht schon. Braucht mir Hilfe? In den Kaff. In Glory, Frost, Harry, Senna. Genial. Was fiegt euch an? Was darf's sein, Hitzker? Gebt mir was zu tun. Ihr braucht meine Hilfe? Und? Hoffentlich taugt das was. Immer langsam mit den jungen Pferden. Was darf's sein, Hitzker? Nun macht schon. Braucht mir Hilfe? Gebt mir was zu tun. Okay. Was darf's sein, Hitzker? Was darf's sein, Hitzker? um dieses land zu säubern es ist mehr gold erforderlich und darf sein hitzkopf ihr braucht meine hilfe ja mein lot richtig was ist es diesmal mit den jungen pferden was für eine gute idee oder auch zeit was darfst du ein hitzkopf was ist diesmal was für eine gute idee immer langsam mit den jungen pferden was fliegt euch an was darfst du ja mein freund ist meine hilfe von uns ist diesmal was auch immer wofür es ist mehr gold erforderlich wofür 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 Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Was ist diesmal? Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Das könnte halt sein, dass er eine Exe hat, ne? Und wir haben wieder keinen... Und? Ihr braucht meine Hilfe? Was darf's sein? Braucht ihr Hilfe? Macht schon! Immer langsam mit den jungen Pferden. Ihr braucht meine Hilfe. Braucht ihr Hilfe? Nicht genug machen? Gebt mir was zu zahlen. Was ist dieser nicht genug machen? Und? Es ist mehr Gold erbrochen. Nein! Also los! Ihr braucht meine Hilfe. Was darf's sein? Was ist dieser nicht genug machen? Gebt mir was zu zahlen. Die Blutelfen warten ja schon abgeschlossen. Immer langsam nehmen was für eine gute Idee. Also wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Was darf's sein? Gebt mir was zu zahlen. Was ist das nicht genug machen? Nun macht's schon nicht genug machen. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Nein! Nun macht's schon wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Nein! Und? Immer langsam mit den jungen Pferden. Nun macht's schon. Gebt mir was zu zahlen. Gebt mir was zu zahlen. Was ist das nicht genug machen? Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Immer langsam mit den jungen Pferden. Aus dem Weg! Ei! Was darfst du, mein Hitzkopf? Gebt mir was zu tun. Gebt mir was zu tun. Was ist das nicht genug machen? Mensch? Keine mich durch die Zahlen. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Und? Was darf sein, Hitzkopf? Was darf sein, Hitzkopf? Ihr braucht meine Hilfe? Ei! Es ist mehr goldenerforderlich. Ihr braucht meine Stille? Ich weiß nicht, was ich hier in diesen Burst machen soll. Gebt mir was zu tun. Ihr braucht meine Hilfe. Ich glaube, ich brauche auch mehr Breaker. Ich habe die Echse nicht mehr zerstört. Ah, das sieht schon wieder sehr schlecht aus. Es ist mehr golderforderlich. Es ist mehr golderforderlich. Immer langsam mit den jungen Pferden. Es ist mehr golderforderlich. Ihr braucht meine Hilfe? Aber nur weil die Echse steht, heißt es nicht, dass sie sich auch schon lohnt. Und? Ist jemand verletzt? Nun macht schon. Ihr braucht meine Hilfe. Ihr braucht mehr euch zu helfen. Es ist mehr golderforderlich. Gebt mir was zu tun. Gebt mir was zu tun. Oh, macht schon. Was darf sein, Hitzkopf? Was für eine gute Idee macht. Ihr braucht meine Hilfe. Die Blutelfen. Und? Und? Ihr braucht Hilfe, Mensch? Und die sind die Elfen. Macht schon. Wenn ihr darauf bestellt. Es ist mehr Golderforderlich. Ja, das ist halt positionstechnisch das Dümmste, was man machen kann, aber was soll ich machen? Wartet bis ihr mich im Einsatz seht! Für den Hund! Wartet bis ihr mich im Einsatz seht! Fass auf! Du machst schon! Hoffentlich taugt das uns! Ja, mein Lord! Gebt mir was zu tun! Ei! Was? Du kannst hier nicht mehr und es geht mir was zu tun! Was war zu tun? Ah, kann ich nichts machen! Kann ich leider nicht mehr retten! Unser Held ist gefallen! Du machst schon! GG! Ich hab alles gegeben! Ich hab mir Mühe gegeben! Aber war okay! War okay! Ähm... Naja! Kann man nichts machen! Hätte ich den Kampf vielleicht noch überlebt! Aber ich weiß nicht, vielleicht... TP ist immer so hart gegen Ork, weil du halt direkt in der kompletten gegnerischen Armee drin bist! Aber ja! Naja, gut! Ähm... Ja! Gut! Erstes Ligaspiel! Es ist... Ich glaub man merkt, dass die Spieler hart sind! Ähm... Vielleicht besser sind als ich! Aber ich geb nicht auf! Und wir schauen mal wie es... Als nächstes Mal... Das nächste Mal läuft! Äh... Gut gespielt! Lao Che! Ähm... Ich spreche die jetzt einfach mal so aus! GG! Ja... Hart! Hart! Aber gut! Ich weiß auch nicht, wie man das richtig machen soll, wenn du einen Wall-Off hast und der Ork an deiner Base klopft! Weil du kannst dich nicht hinter deinen Wall-Off porten, weil du dann nicht drankommst! Du kannst dich aber auch nicht vor deinen Wall-Off porten, weil du sonst direkt in der gegnerischen Armee drin ist! Ähm... Naja! Äh... Kann man nichts machen! Kann man nichts machen! Dann kannst du halt nicht mehr kiten und das ist so ziemlich das Einzige, was man machen kann! Aber... Naja! Gut! Ich spiele noch ein Ladderspiel, komm! Fuck it! Spiele noch ein Ladderspiel! Wir müssen trainieren! Wir müssen direkt trainieren! Warte! Oh, stopp! Ich muss abbrechen! Ich hab... Ähm... Mouse Delay! Muss nochmal rein! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Schade eigentlich! Ich hatte die Exe jetzt zerstört! Ich glaube, die Exe hat ihm nur Verlust gemacht! Die hat ihm nichts geholfen! Von daher... Ich mein, positiv ist, dass ich relativ ruhig geblieben bin! Im ganzen Spiel! Das ist glaube ich schon an sich ein Erfolg für sich! Ähm... Ansonsten... Gegen... Gegen Blademaster ist einfach hart! Ist einfach hart! Naja! Gut! Gorn, wir gegen Night F! Fuck it! Wir kommen ran! Ich spiele nochmal... Rifle Parlor! Wir probieren es mit Rifle Parlor! Florentin sollte sein Passwort ändern! Es glaube ich nicht, dass es jemand schafft, das Passwort so zu machen! Und das ist auch kein... Kein wichtiges Passwort für diesen Account! Macht euch da keine Sorgen! Gut! Okay! Spielen gegen Good Old Night F! Äh... Ich versuche es mit Rifle Parlor! Aber ja, Ork ist leider echt meine... meine Hassrasse! Unabhängig jetzt davon, ob sie gut ist oder schlecht! Aber gegen Ork ist es immer so... So ein Nervenkitzel! Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich einmal falsch positioniert bin, ist das Spiel vorbei! Und das ist schon hart irgendwie, weil ich mit diesem Stress oft nicht ganz gut umgehen kann! Aber jetzt in dem Spiel ging es eigentlich ganz okay! So, weil auch dieser Blade Master und mit dem Ensnare hat man oft... ähm... Kommt man in so schwierige Situationen, wo es schwer ist rauszukommen! Was? Aber ja! Ja, mein Lord! Mehr Arbeit! Alles machbar! Alles machbar! Bereit zur Arbeit! Jedes Spiel gegen Ork hilft mir weiter ein bisschen! Und es gibt viele Orks in der Liga, von daher glaube ich, wenn ich da weiter dran arbeite, kriege ich das schön hin! Die Build Order hat ganz okay funktioniert, das war ja die Tod Build Order so ein bisschen! Auch wenn es mit den Arkanen Sanken nicht so geklappt hat, wie ich mir es vorgestellt habe! Aber gut! Alles in einem! Weiß jemand, ob Florentin auch TD oder TLW spielen würde? Da ich nicht weiß, was diese Abkürzungen bedeuten, würde ich eher sagen nein! TD und TLW! Kann ich nichts mit anfangen leider! Ja, mein Lord! Sehr gut! Bereit zur Arbeit! Tower Defense! Achso, nein, das spiele ich nicht! Ich habe eine Fun-Map-Sünde und das ist Castle Fight! Und ihr kennt das! Man spielt bis drei Uhr nachts Castle Fight, denkt sich, fuck it, ein Spiel noch! Und dann am nächsten Tag wacht man morgens auf und fühlt sich schmutzig! So läuft es oft leider! Aber ich vermeide Fun-Maps, so gut es geht zu vermeiden! Vielleicht war das jetzt ein bisschen früh! Geladen und er sichert! Ich lebe, um allen Gläubigen zu lieben! Ich habe keine Angst! Ich bin euer Schütze! Ja, mein Lord! Ich habe keine Angst! Was ist? Habt ihr ein Ziel? Zeit zu gehen! Nein! Ja, mein Lord! Ich bin euer Schütze! Mehr Arbeit! Was verlangt ihr von mir? Was ist? Geladen und er sichert! Auf euren Befehl! Nicht ideal, aber kriegen wir hin! Ja, mein Lord! Oh, Beastmaster! Was ist der? Okay! Aber... Was verlangt ihr von mir? Der Beastmaster ist eigentlich der Schamane, äh der, der sehr gut, weil er das spellen kann. In der Regel sage ich immer so vier Zwerge, dann Upgrade, äh dann Tag. Okay, Tag ist immer ein bisschen spät hier, aber ist okay. Da wir ja schon Rifler haben und Rifler eigentlich somit das wichtigste sind gegen, gegen Night Elf. Wir haben schon ein bisschen Dispel, was auch nett ist. Ich kann mir so ein bisschen Heilung anmachen, ein bisschen frech. Aber nochmal gesunde, kräftige Leute hier. Habt ihr ein Ziel? Eis hier. Was braucht ihr? Eis hier. Was braucht ihr? Ich habe keine Ahnung. Eis hier. Ich schätze, dass wir aber... Okay, wir sind auf dem Weg zu T2, versuchen dann natürlich schön, uns Priest zu holen. Ich habe keine Ahnung. Verlaten uns entsichert. Ich will eure Schüsse. Ja, mein Lord. Okay. Was ich jetzt... Oh, drei! Jesus. Okay, was ich jetzt natürlich komplett vergessen habe. Alter, ist der frech. Alter, ist der frech. Seht ihr, wie frech der ist? Was ist das denn? Das habe ich ja seit Marco Giesel nicht mehr erlebt, dass da jemand so ein Frechdachs ist. Kann ich euch helfen? Lasst mich der Gefahr trotzen. Es soll geschehen. Was? Ich irgendwo einmal. Habt ihr ein Ziel? Eis hier. Ich kümmere mich darum. Was braucht ihr? Ist gut. Ich habe keine Angst. Eis hier. Mehr Arbeit. Was war ich denn das Geld trotzen? Ausbau abgeschlossen. Was verlangt ihr von mir? Ich bin euer Schütze. Was? Ja, frech sein funktioniert halt auch manchmal. Mehr Arbeit. Eis hier. Lass mich der Gefahr trotzen. Naja, gut. Ist okay. Lassen wir ihm. Soll er frech sein. Ist okay. Tausend Gold, lol. Alles in Ordnung. Okay. Jetzt nicht so viel Holz. Ich glaube, wir bauen die mal noch ein bisschen. Ich habe keine Angst. Ich bin euer Schütze. Was braucht ihr? Ich habe keine Angst. Weiß hier. So, der muss auch wieder ein bisschen regenerieren. Ich weiß gar nicht, wie schnell die regenerieren. Ob es sich das überhaupt lohnt. Ob die jemals wieder auf ein vernünftiges Niveau kommen. Das Inventar ist voll. Okay. Hier jetzt den Priest zu verlieren ist nicht ideal. Wie der immer mit Illusionen gleich ankommt, ey. Der will es echt wissen. Ich bin euer Schütze. Ah, komm. Ihr wisst, ich bin nicht der besteste Router der Welt. Ah, Leute. Ist das ligerlich. Ah, ihr kennt das Debakel. Ihr kennt es doch. Das war fast cool. Kommt schon. Das müsst ihr mir geben. Das war fast cool. Auf euren Befehl. Ich bin euer Schütze. Lass mich der Gefahr trotzen. Für die Ehre. Wir müssen vor allem auch mal gucken, ob er eine Exe hat oder nicht. Habt ihr kein Ernst? Was ficht euch an? Mehr Arbeit? Ich geh dann mal. Komm, das müsst ihr jetzt aber zugeben. Das war fast cool. Ich glaube, wir nehmen dann lieber. Ah, klar. Ah, ja. Das wusste ich doch, dass solche Spieler auch eine Exe haben. Aber kein Shop, ne? Das ist vielleicht auch nicht so eine geile Idee. Hä? Unsere Streitkräfte werden angekürzt. Lücken auf euren Befehl. Was fiegt euch an? Ist jemand verletzt? Was braucht ihr? Zeit zu gehen. Habt ihr ein Ziel? Ich will eure Schütze. Was braucht ihr? Ich will eure Schütze. Habt ihr ein Ziel? Auf euren Befehl. Was verlangt ihr von mir? Lasst mich der Gefahr trotzen. Was fiegt ihr euch an? Ich kenne mich auch nicht so gut aus. Was braucht ihr? Ich habe keine Ahnung. Was ist meine Hilfe von mir? Natürlich. Was fliegt euch an? Was fliegt euch an? Auf euren Befehl. Reist ihr? Was ist meine Hilfe verletzt? Ist jemand verletzt? Ist jemand verletzt? Ich bin euer Schütze. Auf euren Befehl. Was fliegt euch an? Arbeit ist voll kürzlich. Ist jemand verletzt? Nein. Was fliegt euch an? Ich kenne mich auch nicht so gut aus. Auf euren Befehl. Komm schon! Der Heal war durch! Ich habe die Bestie im Visier. Ich schieße noch zwei von am Gatzen. Ich bin euer Schütze. Ich habe keine Angst. Reist ihr? Auf euren Befehl. Ich bin euer Schütze. Ich habe keine Angst. Ist meine Hilfe verletzt? Aus euren Befehl. Ich bin euer Schütze. Ich habe keine Angst. Ist jemand verletzt? Reist ihr? Was fliegt euch an? Ich bin euer Schütze. Oh, jetzt kommen die Södener. Was fliegt euch an? Was fliegt euch an? Ich bin euer Schütze. Was braucht ihr? Das ist doch anstrengender, als ich dachte. Zumal er mir jetzt die ganzen Priests rausgesnipet hat. Und ansonsten auch ein sehr freches Bärchen ist. Oh, die Steuergruppen sind ruiniert. Das erklärt einiges. Irgendwie habe ich keine Priests mehr. Ja. Okay. Okay. Klei ist natürlich auch nicht ideal, ist klar. Aber gut, ich glaube, wir kommen wieder ganz gut auf den Damm. Auf den sogenannten. Ja, mein Freund. Was verlangt sie nicht mehr? Ich bin euer Schütze. Lasst mich der Gefahr trotzen. Habt ihr ein Ziel? Ich bin hier, sterbt euch der Schütze. Reiß ihr. Auf euren Befehl. Ich bin euer Schütze. Reiß ihr. Ich bin euer Schütze. Ich bin euer Schütze. Auf euren Befehl. Ich bin euer Schütze. Ich bin euer Schütze. Reiß ihr? Was braucht ihr? Reiß ihr? Reiß ihr? Reiß ihr? Reiß ihr? Habt ihr eine Angst? Ich bin euer Schütze. Ich bin euer Schütze. Was ficht euch an? Er hat immer noch eine Echse. Aber... Wir brauchen mal mehr Zeug eigentlich. Reiß ihr? Auf euren Befehl. Jesus. Ob ich diese Echse jemals zerstört bekomme? Was braucht ihr? Habt ihr ein Ziel? Auf euren Befehl. Nimm das du Pedder. Ist jemand verletzt? Unverzüglich. Was verhandelt ihr von mir? Was? Unser Steinkräfter werden angegriffen. Ich bin euer Schütze. Was verhandelt ihr von mir? Seht ihr aus? Bewegt euch. Bitte. Reiß ihr? Schieße und treiben. Ich bin euer Schütze. Ja. Habt ihr ein Ziel? Reiß ihr? Habt ihr ein Ziel? Reiß ihr? Ich habe die Bestie im Visier. Zeit zu gehen. Was braucht ihr? Reiß ihr? Das ist ein Ziel. Schieße und treiben. Ich glaube, wir können die auch mal upgraden. Ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal bei den Zwergen. Ah, diese zweite Steuergruppe, ey, die hängt immer hinterher. Ich weiß nicht, was da los ist irgendwie. Das ist wie in der Schule irgendwie, wo die A-Klasse immer Ärger macht. Wo man genau weiß, ja, die A-Klasse ist scheiße. Irgendwie alle anderen sind cool. Ist gut. Ich bin euer Schütze. Ist jemand verletzt? Ich kümmere mich darum. Habt ihr ein Ziel? Ich bin euer Schütze. Aus eurem Befehl. Habt ihr ein Ziel? Ich bin euer Schütze. Was braucht ihr? Was ist denn eigentlich mit dem… Was braucht ihr? Ich bin euer Schütze. Ich bin euer Schütze. Ich kümmere mich darum. Halt, warte. Halt, was macht ihr? Halt, was macht ihr halt drin Irgendwie? Was braucht ihr? Ich bin euer Schütze. Ich bin euer Schütze. Hey! Habt ihr ein Ziel? Steuert, zwei, vier, vier Ich bin euer Schütze. Oh, fuck verklick, ey. Holy crap. Okay, das hat auf jeden Fall geholfen. Hei, 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 Freunde. Na also, jetzt kommt mir mal das schwere Gerät endlich. So muss das sein. Jetzt muss das schwere Gerät, das geht auch so kaputt, ey, das ist doch lächerlich. Komm, fuck it, jetzt machen wir das zu Ende hier, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Gluffelspiel hier. Ich muss mir das nicht gefallen lassen. Ist jemand verletzt? Ja, mein Freund. Was verlangt ihr von mir? Ist meine Hilfe von nöten? Hallo! Hallo! Ja, mein Freund. Wie ihr wünscht. Ich habe keine Angst. Ist jemand verletzt? Ja, mein Freund. Was fiegt euch an? Ist jemand verletzt? Ist meine Hilfe von nöten? Noob! Yes! Komm! Ein Sieg für heute. Ist doch wunderbar. Ist doch drin. Freunde. Ach, das habe ich jetzt gebraucht. Ähm, ja, das war Creepcheck für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, ist ja okay. Ähm, ja, nicht optimal gespielt, aber ist okay. Aber ist okay. Das Noob hat sich nicht auf den bezogen, sondern darauf, dass er Noob geschrieben hat. Ich nenne ihn nicht Noob, Leute. Ähm, kann man auch falsch verstehen. Ähm, ja, Pangasius wird bald noch angekündigt, wann es kommt. Das kriegt ihr auf jeden Fall mit. Ähm, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Lars-Erik Paulsen, der sich schon bereit macht auf seinen, auf seinem grünen Stuhl. Da kommt er schon durch die Tür. Nein? Gut. Ähm, ja, nächste Woche, wie gesagt, ist Janis immer noch nicht da. Wie gesagt, ganz, oh, das ist ganz wichtig. Wir schauen noch mal ganz kurz auf den Plan, was euch alles ganz Fantastisches erwartet. Ähm, nämlich, gut, wie kriege ich das jetzt hin? Warte mal. Am besten geht ihr einfach auf backtowarcraft.com. Ähm, da seht ihr alles Wichtige und hier könnt ihr alles sehen. Und wie gesagt, es geht um, das Turnier heißt VGL 2019. Für alle, die jetzt erst zuschauen, gucken wir mal ganz kurz an, was das bedeutet. Und zwar gibt es ganz fantastische Spiele. Wie gesagt, das ist der Zeitraum für die Gruppenphase. Ab übermorgen geht's los. Da gehen die ersten Spiele los und dann die, ähm, Playoffs finden dann hier statt. 28 bis 30. November. Und es sind eine ganze Menge fantastische Spieler mit dabei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dafür ist unser, ähm, Mann Jannis nach China gereist. Hier seht ihr ihn. Jannis, Tja, Axt steht hier offiziell, oder? Ist doch großartig. Und das ist die Gruppenphase. Und ja, wie gesagt, nächste Woche sehen wir uns nochmal. Das, äh, war der Anfang der neuen Liga. Ähm, ich bin zumindest ganz einigermaßen ruhig geblieben. Das ist, äh, da bin ich zufrieden. Ich versuche noch so viel es geht zu trainieren bis nächste Woche, um dann weiterzumachen. Ich will zumindest ein paar Spiele gewinnen. Das ist mein Ziel. Ansonsten, ähm, haut rein. Keine EU-Spieler. Äh, ja, ist, ähm, ja, ist richtig soweit. Gut, haut rein. Jetzt ganz viel Spaß mit, äh, verflixte Klicks mit Lars-Erik Pausen und meiner Wenigkeit. Haut rein, bleibt dran und ganz viel Spaß mit Jannis beim Turnier. Bis nächste Woche. Haut rein, macht's gut. Tschau. Mich hat mal ein Pferd getreten. Das ist mir findrapp, was die größte Kripps finest李 Sweet. Ich muss nicht für mich sein, mehr so viel. Es North Korea. Küsschen. So, bl sabf.